Während andere schon darüber spekulieren, wie es in iOS 18 weitergeht, sprechen wir heute über gesicherte Erkenntnisse. Wir sprechen nämlich über das Betriebssystem, das wir jetzt nutzen. Und die Frage, ja, was haben iOS 17 und die anderen Apple-Betriebssysteme, die im Jahr 2023 in neuen Versionen herausgekommen sind, wie schlagen die sich auf Strecke? Diesen Rückblick, den wagen wir jetzt in Mac and i Podcast Nummer 69. Ja, und damit herzlich willkommen, ohne Update, aber in gewohnter Frische mit dabei, Leo Becker, hallo, grüß dich. Hallo, hallo Malte Kirchner, muss ich ja eigentlich sagen, um dich völlig korrekt mit Vor- und Nachnamen vorzustellen, nicht, dass Verwirrung entsteht, mit welchem Malte ich mich hier unterhalte. Jetzt nach 40 Folgen ist das Rätsel gelöst. Ja, 40, wir gehen ja schon Richtung 100 bald, habe ich gehört, wenn ich mir so durchzähle. Ja, ist interessant, dass wir jetzt schon ein halbes Jahr iOS 17 haben, macOS 14 natürlich, watchOS 10 und iPadOS soll auch nicht ganz unter den Tisch fallen. Aber ein halbes Jahr ist schon wieder, gutes halbes Jahr ist schon wieder vorbei und natürlich fühlt sich alles schon sehr nach iOS 18 an. Aber das ist immer eine ganz gute Zeit, um mal zu schauen, wie hat sich das eigentlich alles entwickelt mit iOS 17 und welche Funktionen, die Apple groß gezeigt hat, sind irgendwie unter den Tisch gefallen und welche Funktionen sind wirklich angekommen, wo sind die nützlichen Sachen und was ist eigentlich, hat sich als seltsames Beiwerk herausgestellt. Ja, ich finde diesen langfristigen Blick auch mal spannend, also einerseits, um mal wirklich zu sehen und das kannst du so im ersten Moment, da bist du ja von manchen Funktionen fasziniert und denkst so, wow, das hat Nutzwert. Und dann stellst du auf Strecke aber fest, entweder es ist nicht toll implementiert oder selbst wenn es toll implementiert ist, man braucht es schlichtweg nicht. Das gibt es immer wieder mal. Aber der andere Punkt, der natürlich auch mit rein spielt in diese Rückschau auf dieses Betriebssystem oder auf diese Betriebssysteme ist, dass Apple ja immer mehr dazu übergegangen ist, die Sachen ja auch peu a peu auszuliefern. Also es ist ja mitnichten so gewesen, dass wir im September ja schon das iOS 17 hatten, was wir jetzt vorliegen haben. Ganz im Gegenteil, gerade in diesem Jahr, finde ich, oder in diesem Betriebssystemjahr ist es ja sehr krass, wie viel da noch nachgekommen ist. Auch jetzt mit Blick auf die EU und so, also Dinge, die wir noch gar nicht absehen konnten. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist das ein sehr, diesmal ein sehr spannender Blick auf die Betriebssysteme oder die aktuellen Betriebssysteme-Versionen. Ja, weil jetzt haben wir, glaube ich, auch wirklich das komplette Bild. Also man sieht ja jetzt die Beta von iOS 17.5 hat ja jetzt begonnen, aber da ist ja an der Oberfläche praktisch tut sich im Moment gar nichts mehr. Und ich meine, vielleicht sehen wir auch noch ein iOS 17.6. Das kann ja alles sein. Bis Herbst ist ja dann noch Zeit, bis iOS 18 wirklich da ist. Aber da kann man ja von ausgehen, dass wir jetzt nicht mehr irgendwelche radikal grandiosen Neuigkeiten haben, außer natürlich EU-Geschichten. Das ist halt ein eigenes Thema. Aber ansonsten ist, glaube ich, die Betriebssysteme, so wie sie jetzt sind, Status halt Anfang, Mitte April 2024, sind diese Versionen sind jetzt für sich, glaube ich, abgeschlossen. Weitestgehend wahrscheinlich. Ja. Man soll niemals nie sagen. Gerade in diesem Jahr hat das manchmal ja ein gewisses Überraschungspotenzial. Bei iOS kann sicher noch Überraschendes passieren. Das ist richtig. Aber steigen wir doch direkt mal ein. Sprechen wir über das iPhone, sprechen wir über iOS 17. Und ja, wir haben uns vorgenommen, jetzt nicht jede Kleinigkeit einzeln zu besprechen. Sonst wird das eine sehr ausladende Folge. Aber so ein bisschen zu analysieren, was sind so die Highlights, die geblieben sind, aber auch teilweise, was sind so eigentlich die Flops? Jetzt mal hart gesagt. Also Dinge, die jetzt sich nicht als solches erwiesen haben. Und das führt mich gleich zu der Frage, ein Feature, was mich sehr, was mir sehr imponiert hat, was aber bei mir in der Realität gar nicht angekommen ist, ist Standby. Ich weiß nicht, wie geht dir das? Ich habe Standby sehr lange konsequent verwendet, um es auszuprobieren, als die Funktion neu im vergangenen Herbst halt eingeführt wurde oder davor natürlich auch schon mit den Betas, um zu sehen, wie sehr das halt in meinem Alltag auch ankommt. Und dann ist es tatsächlich auch bei mir persönlich zumindest ziemlich unter den Tisch gefallen, sprichwörtlich oder buchstäblich in dem Fall, weil ich einfach, ich hatte ein Setup, also ich meine, das Basis, die Basisvoraussetzung ist ja, dass man eigentlich einen Aufsteller hat, mit dem man halt sein iPhone dann eben auch schön im Querformat halt aufladen kann. Und ich hatte ein Setup, was sich dann geändert hat und damit habe ich, ist es praktisch in Vergessenheit geraten. Und ich habe auch zum Beispiel auf dem Nachttisch nicht sowas. Ich möchte auch auf dem Nachttisch ehrlich gesagt kein leuchtendes iPhone haben, was mir irgendwie weg, irgendeine Weckuhrzeit ansagt. Also da mögen auch die Vorstellungen verschieden sein. Das ist nur was, was ich persönlich jetzt bei mir nie so reizvoll angesehen habe. Was ich interessant fand, das als zusätzliches Display vor allem auf dem Schreibtisch zu haben, was halt einfach ein bisschen Widgets anzeigt und vielleicht mal eine Benachrichtigung. Aber da habe ich auch unterm Strich gemerkt, dass ich es von der Oberfläche her relativ reizvoll fand, aber auch nicht so, dass mir dann am Schluss was gefehlt hätte, als ich es halt nicht mehr eingesetzt habe. Und ich weiß nicht, wie sich das bei dir so auf Dauer geschlagen hat. Ich meine schon herausgehört zu haben, dass es bei dir vielleicht auch unter den Tisch gefallen ist. Das hast du gut herausgehört, ja. Also du hast eigentlich schon die Grundprobleme eigentlich dieser Funktion, finde ich, gut beschrieben. Das eine ist, dass du ein bestimmtes Setup haben musst, einfach von den Gegebenheiten her, dass du eben dieses Querformat herstellen kannst. Und ich habe festgestellt, in den meisten Fällen werden hier die Geräte, wenn sie aufgestellt werden, immer noch im Hochformat aufgestellt. Und das auch aus Gründen. Also dass es eben auch nicht so ist, dass man so leicht dann ins Querformat gehen kann und möchte, weil es dann auch der Platz manchmal nicht hergibt, mal eben so ein 15 Pro Max dann ins Querformat zu rücken. Der zweite Punkt ist tatsächlich aber auch die Frage des Einsatzortes. Also wir haben damit experimentiert in der Familie mit der Küche. Da kam das eigentlich ganz gut so als zusätzliche Uhrenanzeige und mit den Widgets. Ja, das war so lala. Also die Auswahl der Widgets, die dynamisch dann in so einem Stapel drin waren, das folgte nicht so wirklich einer nachvollziehbaren Logik. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo dann der fehlende Nutzwert da war. Es war einfach nur eine Uhr und halt irgendein Widget. Manchmal nützlich, manchmal eben, dass man sich gefragt hat, warum jetzt? Und im Schlafzimmer ist es in der Tat halt so, das ist natürlich schon ein ziemlich großer und prominenter Radiowecker, den du dann da hast. Und du hast es ja auch ganz richtig gesagt. Ich weiß auch von vielen, dass es auch Vorbehalte gibt, das Smartphone überhaupt jetzt so nah am Kopfkissen dann da zu haben oder überhaupt dann da neben sich zu haben. Manche legen ihre Telefone auch in andere Räume nachts. Also ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich kann dir auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, was Apple jetzt verändern müsste, damit diese Funktion mehr im Alltag ankommt. Also vielleicht ein Hochformat wäre tatsächlich charmant, wenn du die Möglichkeit hättest, diese und es wäre ja problemlos möglich. Warum sollst du die Widgets, die jetzt dann da quer, also zwei Stück an der Zahl nebeneinander angeordnet sind? Warum solltest du nicht im Hochformat auch übereinander stapeln können? Und es, also die ganze Funktion schreit halt, und ich meine, da haben wir uns ziemlich sicher schon im vergangenen Herbst drüber unterhalten, die ganze Funktion schreit halt danach, eigentlich auf ein eigenes Gerät zu kommen. Also auf irgendein Smart Home Device, auf irgendein simples iPad-artiges Gerät, was halt fest in der Küche ist oder fest halt im Wohnzimmer oder was halt die Temperatur anzeigt und das Wetter oder Fotos aus dem Familienalbum oder was man halt sich einrichten möchte. Aber was eben nicht gekoppelt ist an das iPhone, was du halt immer wieder wegnimmst oder wo du vielleicht was anderes machen möchtest. Und ich glaube, ich glaube, dass uns Standby nicht verloren geht, aber ich glaube, dass Standby vom iPhone wegkommen muss auf andere Apple-Geräte und sei es bestehende oder neue zukünftige Apple-Geräte. Da denke ich, geht die Reise für Standby hin. Aber ich vermute, dass es auch durchaus Leute gibt, die mit Standby vielleicht einfach das tatsächlich in ihre Routinen und in ihren Alltag integriert haben und vielleicht damit sehr zufrieden sind. Ich weiß also, ich kann auch nur sagen, dass bei mir selbst ich mich halt erst mal wieder aktiv dran erinnern muss. Und man muss natürlich sagen, dass Standby sehr davon profitiert, ein Pro-iPhone zu haben mit Always-On-Display, weil dann halt erst wirklich du dieses komplette, diese komplette Uhren-Idee, so wie die Apple Watch, die halt früher ausgegangen ist, wenn man sie nicht angeschaut hat. So ist natürlich bei diesem Standby-Modus auch, eigentlich ist der nur sinnvoll, wenn er dauerhaft leuchtet und eingeblendet ist. Ja, und wie du sagst, es ist halt auch unschädlich, weil es ja eine Ergänzung ist einfach. Man kann das nutzen, man muss das nicht nutzen. Und ich glaube auch, das wird sicherlich noch so diesen Punkt geben, wo wir dann mal sagen, ach, damals, weißt du noch, da nahm das seinen Anfang mit so einer Art von Darstellung. Weil ich finde halt, das ist auch so das Learning jetzt nach so einem halben Jahr damit, es steht irgendwie so ein bisschen verloren in dieser ganzen Apple-Welt für sich. Also klar, wir haben Widgets in verschiedener Art und Weise auf den Sperrbildschirmen vom iPad und vom iPhone, aber in dieser vergrößerten Darstellung, also auch für App-Entwickler, Also warum sollte ich jetzt dann da so viele Gedanken drauf verschwenden, das auch für die Größe zu optimieren? Ich könnte mir vorstellen, dass sich das eben auch mit Blick auf künftige Geräte oder Ideen, die Apple hat, dann lohnen könnte. Thema Widgets ist natürlich ein großer Punkt und auch jetzt wieder bei iOS 17 ein großer Punkt gewesen. Auch bei den anderen Betriebssystemen, zu denen wir dann später noch kommen, vor allem natürlich interaktive Widgets. Also es ist ja eine Funktion, die praktisch, also es sind ja Funktionen verloren gegangen und die halt wieder zurückkamen. Insofern ist es, kann man das neu in Anführungszeichen bis zu einem gewissen Grad setzen. Aber es war natürlich eine überfällige Nachlieferung dieser zentralen Funktion, dass man halt in den Widgets irgendwas machen kann. Gefühlt habe ich sehr wenige interaktive Widgets im Einsatz. Also es gibt natürlich welche, aber der Nutzwert ist teilweise auch so ein bisschen begrenzt. Also mein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Outlook hat so ein Termin-Widget, wo du halt mit so relativ plumpen, großen Pfeil-Buttons halt so rechts und links praktisch in der Zeitleiste weiter scrollen kannst. Es ist nicht so ultra nützlich für mich, muss ich sagen. Und da finde ich ein großes Widget mit halt dem Kalenderübersicht oder den nächsten Terminen als Übersicht, was nicht interaktiv ist, empfinde ich oft als deutlich sinnvoller und eben auch dann praktikabler im Alltag als jetzt dieses Scroll-Button-Ding. Also deshalb, ich bin froh, dass sie da sind und ich hoffe, dass wir da auch noch vielleicht dann auf längere Sicht, dass Entwickler irgendwie noch Sachen finden, die damit sinnvoller umzusetzen sind. Aber es reicht ja oft auch, um halt die To-Do-Liste abzuhaken oder so Basissachen halt zu machen. Und vielleicht ist es auch okay, dass die einfach diese Sachen erfüllen und Feature-Liste abgehakt. Okay. Ja, es war an einigen Stellen ja schon wirklich absurd, dass du diese Interaktivität halt nicht mehr hattest. Also wenn ich so denke an manche Smart-Home-Widgets, die waren ja ihrer Funktionalität dann beraubt. Und es war ja auch kein Zustand, dass es die dann nur im alten Layout gab und nur auf der großen Widget-Seite. Das habe ich nicht verstanden, dass Apple diesen Zwischen-Step gemacht hat. Aber es ist eine spannende Frage. Hat Apple gewusst, dass dann doch so wenig Entwickler oder haben sie es vorausgeahnt, dass doch so wenig Entwickler da gute Use Cases für Interaktivität haben? Dass man damit ein bisschen gezögert hat? Oder haben sich die Entwickler an die Idee von Apple zu sehr gewöhnt, dass sie, also ich vermisse auch so ein bisschen Kreativität im Umgang mit den Widgets, muss ich sagen. Also ich habe auch jetzt bei den App-Entwicklern nicht wirklich gesehen, dass die sich da so reingekniet haben. Mag natürlich sein, dass die das mit einem gewissen Zeitverzug machen, weil als Entwickler hast du ja immer das Problem, wenn du dann das neueste iOS voraussetzt, dann schließt du ja wieder andere aus. Nutzer, die noch ein älteres iOS haben. Und gerade jetzt die Vorjahresversion ist ja meistens doch noch eine Weile im Gebrauch. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht mit iOS 18 das ganze Widget-Thema nochmal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Dann, dass dann mehr Entwickler draufspringen, weil sie sagen, die letzten beiden iOS-Versionen setze ich voraus und dann kann ich dieses Feature anbieten. Mal abwarten. Ja, ich bin neugierig, wie sehr Apple halt dieses Thema Widgets jetzt, das haben sie ja sehr konsequent in den letzten Jahren über alle Betriebssysteme halt ausgebaut. Und jetzt sind wir ja auch eben an einem Punkt angekommen, an dem wirklich das überall präsent ist. Und du hast diese Widget-Plattform, die ja auch hochskaliert, letztlich von der Watch bis halt zum Mac hin ja inzwischen auch, zu dem wir dann nachher kommen. Und damit könnten wir jetzt vielleicht auch den Punkt erreicht haben, jetzt hat Apple diese Basis geschaffen für dieses Widget-System und jetzt ist Zeit, nochmal wirklich auch ranzugehen und sich überlegen, wie funktioniert genau diese Interaktivität und wo sind Funktionen, die eigentlich Entwickler gerne hätten und was könnten Apps damit machen? Also ich glaube, da ist schon noch viel Potenzial auch vorhanden, weil bei mir, da haben wir auch schon drüber geredet, haben die Widgets halt auf manchen Homescreen-Seiten bestehen bei mir halt einfach aus Widgets statt aus Apps. Und das erschließt sich mir relativ logisch, die zu benutzen. Ich empfinde die als eine gute Alternative für das klassische App-Icon, was ja doch sehr statisch ansonsten ist. Das Lustige ist, das von mir meistgenutzte und am praktischsten erachtete Widget ist tatsächlich eines, was gar nicht danach aussieht, das ist dieses Siri-Widget, was dann so Vorschläge macht, der Apps, die man am meisten aufruft. Und wenn man da mehrere auf so einer Bildschirmseite gruppiert, da werden ja auch nicht die gleichen angezeigt, sondern eben tatsächlich so eine Art Best-of der meistgenutzten Apps auf dem iPhone. Das ist bei mir Bildschirmseite 2 und das ist unglaublich nützlich. Also ich finde das übrigens auch so ein bisschen verborgen, wie ich finde. Da könnte Apple durchaus auch mal mit so einem Splash-Screen für werben, weil ich glaube, da hätten viele für Verwendung. Es gibt nämlich kein größeres Ärgernis als vollgemüllte Homescreen-Seiten mit Apps, die man nicht braucht. Dann muss man ständig neu sortieren und das wird dann alles übernommen für einen, ganz praktisch. Ja, ja, da kann man sich, glaube ich, ganz schön aus dieser, ich muss meine Homescreen-Seiten sortieren, aus diesem Zwang herauslösen und einfach sagen, lass das die Intelligenz des Gerätes übernehmen, die hoffentlich auch mit iOS 18 nochmal einen Schritt intelligenter wird. Das sind ja die großen Sachen, die da am Horizont aufziehen. Vielleicht werden wir dann im Juni sehen. Was sagst du denn zu den persönlichen Kontaktkarten? Wir waren ja, glaube ich, schon bei der Vorstellung ein bisschen skeptisch. Ist das bei dir im Alltag angekommen? Erfreust du dich an Kontaktkarten? Nee, im Alltag ist es bei mir auch überhaupt nicht angekommen, aber ich denke, es war auf jeden Fall eine sinnvolle Erweiterung des Adressbuchs, also eine überfällige Erweiterung des Adressbuchs, weil dieses alte System, das alte System bestand ja darin, dass man selbst derjenige ist, der seine Kontakte pflegen muss. Also ich bin im Zugzwang, für all meine Kontakte ein schickes Bild einzuspeisen und das alles zu pflegen, den Kontakt und die Angaben natürlich zu pflegen und die muss man natürlich immer noch pflegen, da sind wir noch nicht von weg. Aber das neue System ist ja so, dass jeder für sich selbst sein Bild einspeist und sagt, das ist mein Lieblingsbild von mir selbst, das möchte ich eigentlich damit, das möchte ich an den anderen nach außen projizieren und in das andere Adressbuch bringen. Und dieses umgedrehte System finde ich per se clever, aber wir sind halt wirklich da am Anfang und das muss sich natürlich erst viel breiter irgendwie durchsetzen und die Leute müssen die Funktion finden und sie einrichten und sich damit halt auseinandersetzen. Und damit, wenn man das einmal dann gemacht hat und dann kann man es praktisch über zumindest, wenn man halt per iMessage und halt über Telefon unter Umständen dann eben auch kommuniziert, dann verbreitet sich ja praktisch das Kontaktfoto. Aber ist natürlich auf die Apple-Welt eingeschlossen, also auf andere iPhone-Nutzer und damit ist es natürlich begrenzt bis zu einem gewissen Grad. Ja, ich finde es ist eine gute Idee, aber sie kommt zehn Jahre zu spät, weil einfach auch unglaublich viele Leute, du hast es gerade gesagt, bei Telefon musst du dich zucken. Das ist eine Funktion, die viele ja gar nicht mehr für sich so entdeckt haben. iMessage schon eher, aber wer jetzt zum Beispiel jetzt in Europa mit anderen Messengern primär unterwegs ist, kommt damit ja auch nur peripheren Berührungen und hat dort ja auch längst eben über die Messenger so seine, ja sagen wir mal, seine personalisierte Basis mit dem dortigen Profilbild und so. Also im Grunde genommen kommt das Profilbild oder dieses, ich eröffne anderen Nutzern eine gewisse Gestaltungsmasse auf meinem Gerät für ihren Eintrag, das kommt ja jetzt erst bei Apple und das gab es ja die ganze Zeit schon eben bei den ganzen anderen Messern schon. Und ja, vielleicht muss man dem einfach so ein bisschen Zeit geben, dass es dann in der Realität mehr ankommt. Aber ich glaube, der Aha-Effekt wäre einfach vor zehn Jahren anderer gewesen. Da hätten sich mehr Nutzer einfach drauf gestürzt in dem Moment, wo das dann da publik war. Und jetzt ist es so, jetzt muss es sich so langsam so berappeln, dass es dann eben mal entdeckt wird. Ja, eine zweite Telefonfunktion, die Apple ja sehr prominent im vergangenen Herbst auch präsentiert hat, war eben diese, also die Live-Voicemail oder der Live-Anrufbeantworter, der hat live transkribiert, was gesagt wird. Und das ist ja leider eine Funktion, die immer noch nicht auf Deutsch angekommen ist. Das heißt also, viele haben die wahrscheinlich noch nie gesehen. Man muss, ich weiß nicht, ob es sogar reicht, das Betriebssystem, die Sprache auf Englisch umzustellen. Also man kann das herauskitzeln und das funktioniert dann auch. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Ländersperre oder so drin, sondern es ist halt an die Sprache geknüpft. Und das ist natürlich, dann wird es natürlich unsinnig, weil wenn du natürlich dann deutsche Anrufbeantworter, also dafür ist noch viel zu viel, die werden dann versucht, in Englisch zu transkribieren. Und das funktioniert natürlich alles hinten und vorne nicht. Aber diese Funktion per se ist natürlich eigentlich eine clevere und sinnvolle. Also den Anruf praktisch, diese Voice-Mail lokal aufs iPhone zu packen und halt dann einfach zu transkribieren, was der Anrufende da gerade sagt und sich dann halt entscheiden zu können, will man da jetzt wirklich dran gehen oder halt nicht dran gehen. Nette Funktion, die hoffentlich dann, ich weiß nicht, wann die mal nach Deutschland kommt, aber man sollte ja hoffen, dass sie es vor iOS 18 schafft. Aber vielleicht wird es halt dann auch erst mit iOS 18 passieren oder später. Wissen wir nicht. Ja, das ist sowieso ein wenig rätselhaft, dass wir bestimmte Funktionen ja jetzt auch im Verlauf eben dieses iOS 17 Jahres bislang noch nicht gesehen haben und auch keinen Planungshorizont da bekommen haben. Also um da jetzt mal vorzugreifen, die Wortvervollständigung, die intelligentere, wo ja eben KI zum Einsatz kommt, im deutschsprachigen Raum kann man da auch noch nichts von spüren und wäre bei mir so im Alltagsgebrauch wirklich ganz weit oben. Also ich habe die englischsprachige ausprobiert, da bin ich ganz begeistert von und also das wäre wirklich ein großer Fortschritt. Aber da, ja, ich vermute auch, das geht eher in Richtung iOS 18 so für Europa und den deutschsprachigen Raum. Ja, ich hatte das Gefühl, dass die, aber das wird vielleicht eine Beta-Version von irgendein, in macOS mit irgendeiner Beta hatte ich das Gefühl, dass plötzlich bei mir in Deutsch, in deutschem Text es anfängt, Autokomplettierungsvorschläge direkt im Text zu machen. Also das, was man halt sonst nur auf Englisch bis jetzt kennt. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht haben sie es jetzt geschafft und es ist kurz vor der Einführung, aber das ist dann einfach wieder verschwunden, weil Beta gewesen offensichtlich und halt noch nicht fertig für den deutschen Markt. Aber ich hoffe auch, dass das hinterherkommt, auch das Modell, was sie ja offensichtlich unten drunter gebaut haben. Das haben sie auch für Deutsch, also auch für Deutsch oder andere Sprachen in Europa auch verbessert. Aber es ist natürlich auf Englisch im Moment dieses Transformer-Modell, was halt wirklich einen Tick weitergeht als Sprachmodell. Das ist halt was, was auf Englisch, in erster Linie auf Englisch fixiert ist im Moment. Und ja, auch das sollte dann spätestens eigentlich oder hoffentlich zumindest iOS 18 zu uns bringen. Ich meine, das gibt wieder eine neue Diskussion. Und ja, Autokorrektur ist natürlich immer ein heißes Thema und ist auch nicht immer ein Thema, was halt, du hast nicht zwangsläufig einen Fortschritt. Das ist halt das, was es so schwierig macht. Und es ändert sich ja auch von Beta mal zu Beta oder von auch finaler iOS-Version zu finaler Version. Es ist immer ein bisschen schwierig, da das festzugreifen. Ist es jetzt wirklich besser geworden oder ist es schlechter geworden? Ist es bei mir nur besser oder schlechter geworden? Ist es bei anderen auch so sehr schwierig? Ja, und es hängt ja auch stark damit zusammen, welche Erwartungen der Nutzer an dieser Autovervollständigung hat. Also auch in der Frage, wie invasiv darf die sein? Einige möchten ja gerne, dass ihnen möglichst alles abgenommen wird, dass sie einen Buchstaben eintippen und dann wird aufgrund der Gewohnheiten schon der restliche Satz ergänzt. Und andere finden das extrem nervtötend. Die möchten eigentlich eher vorschlagsbasiert, eher dezent zurückhaltend. Und ich sage mal, die richtige Intelligenz läge natürlich darin, dass das System das erkennt, dass es so an diesen, sag ich mal, den Feedback-Eingaben wird wieder gleich gelöscht oder wird dann doch genutzt. Dann ermittelt, okay, den Nutzer darf ich jetzt der Gestalt damit behelligen und den anderen eben nicht. Aber ja, das ist vielleicht dann auch Zukunftsmusik. Das hatte ja Apple auch so im Laufe dieser iOS 17-Version irgendwann nochmal nachgereicht, dass du die Möglichkeit bekommen hast, diese Inline-Vorschläge eben einzeln auszuschalten. Also, dass du im Text keine Vorschläge mehr angezeigt bekommst. Aber so diese Grundvorschläge, die über der Tastatur zum Beispiel erscheinen, dass die halt weiter da sind. Weil vorher musstest du letztlich das ganze System oder einen Großteil dieses Vorschlagssystems abschalten, um halt auch diese Inline-Vorschläge loszuwerden. Und dann, da braucht, da muss wirklich viel Flexibilität da sein. Und dann sind es, auch wenn es dann darauf hinausläuft, dass es viele Feineinstellungen sind, die man halt erst suchen muss und vornehmen muss und verstehen muss, welche Einstellung ändert jetzt was. Aber die Autokorrektur, also all solche Funktionen, die halt in etwas wie Schreiben eingreifen, da muss natürlich der Nutzer die Kontrolle behalten. Oder zumindest aus meiner Perspektive. Also ich schalte auch zum Beispiel die Autokorrektur, am Mac ist die ja inzwischen auch standardmäßig an und die schalte ich immer auf der Stelle ab. Weil das macht mich wahnsinnig, wenn ich mit einer Hardware-Tastatur tippe und dann das Betriebssystem anfängt, meine Sachen zu korrigieren, in Anführungszeichen. Also das ganz neue Themen erfindet. Ja gut, das wäre vielleicht ganz interessant, wenn da wirklich mal so ganz kreative Sachen zusätzlich plötzlich herausfallen würden. Aber es ist ja meistens nur, dass dann ein Wort falsch ist, was man eigentlich richtig getippt hat. Ja, ja, ja. Und dass es dann auch ergänzt wird oder ausgetauscht wird gegen etwas, was überhaupt im Kontext nicht passt. Ja, ja, das kenne ich auch. Das ist auch der Grund, warum bei mir das am Mac auch so ist. Ein Feature in der iOS 17, was ich ein einziges Mal bislang wirklich im Echteinsatz hatte, aber da fand ich es dann doch bestechend gut, das war die ganze Sache mit Airdrop über Internet. Ja. Weißt du, wenn du einen Airdrop-Vorgang, lustigerweise hatte das Ganze mit uns beiden zu tun und war eigentlich auch ein unfreiwilliger Test. Es war nämlich so, dass wir uns Anfang des Jahres in Hannover gesehen haben und ich war gerade auf dem Sprung zum Bahnhof, musste einen Zug bekommen, du wolltest mir noch ein paar Fotos übertragen. Irgendwie hat es im WLAN nicht funktioniert, es hakte ständig in dieser Airdrop-Transfer vor Ort. Und dann haben wir beide gesagt, ach, weißt du was, können wir auch per E-Mail oder irgendwo hinterlegen und dann lassen wir das mit Airdrop. Und dann habe ich mich in die Stadtbahn gesetzt und bin losgefahren und guckte drauf und da merkte ich auf einmal, Moment mal, es geht ja weiter. Und lustigerweise ging es auch in der Stadtbahn per Mobilfunk besser weiter als im WLAN. Und ja, und so kamen die Dateien dann rüber. Also ich muss sagen, das ist wahrscheinlich für viele eine Funktion, die selten wirklich nutzbringend ist. Aber wenn, ist sie natürlich großartig, wenn du eben diesen, dass du schnell auseinander gehen musst und du hast große Dateien noch im Transfer. Ja, auch diese andere, also das ist auch definitiv eine wichtige Erweiterung von Airdrop gewesen. Wenn sie zumindest, solange sie funktioniert, so wie jetzt bei unserem Beispiel. Und die, auch diese Idee, dass du halt die iPhones schnell aneinander hältst, um halt dann überhaupt diesen Sharing-Prozess anzustoßen, ist eigentlich auch eine clevere Idee. Weil das dann funktioniert ja unabhängig von deiner sonstigen Airdrop-Einstellung. Weil dieses alte, hat der andere mich im Adressbuch, kann der jetzt mich wirklich sehen? Ach nee, ich muss es für alle freigeben und warum erscheine ich nicht auf dem anderen Gerät und so weiter. Diese üblichen Airdrop-Probleme umgeht man halt damit, wenn man sowieso nebeneinander steht und hält einfach die Geräte aneinander. Oder, dass man jetzt da irgendwie dieses Name-Drop auch noch Kontakte austauschen kann. Das ist, also ich vermute, dass es irgendwo Leute gibt, die das sehr freudig einsetzen und sagen, ha, perfektes Networking und so. Ja, auf irgendeinem Event, wo du wirklich mal wieder mit anderen Personen halt vor Ort bist und andauernden Adressen austauscht und deine Telefonnummer austauscht. Visitenkarten. Ja, ja, ja. Das ist die digitale Visitenkarte. Das ist so für Leute, weißt du, die so ein schönes Edelstahl-E2E dabei haben. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt nur noch das iPhone. Du bist jetzt hier Edelstahl-E2E. Deshalb haben wir jetzt auch Titan-E2E, weil das iPhone musste edler werden, um dieses Visitenkarten-E2E dann zu ersetzen. Jetzt werden wahrscheinlich viele beärgert sein, die gerne Visitenkarten austauschen. Sie mögen uns das verzeihen, diesen kleinen Spaß. Aber ja, aber ich sehe das genau in der Tradition eben, dieser üblichen menschlichen Praxis, dass man eben so Karten austauscht, dass man eben diesen haptischen Vorgang eben so versucht hat, auf das Gerät zu übertragen. Und ich finde es ja auch ziemlich schlau gemacht, also mit der Idee so dieses so aneinander tippen. Ja. Ja, vielleicht noch ein paar, weil das ist, glaube ich, und das war auch die Stärke von iOS 17, würde ich jetzt nach einem halben Jahr sagen, dass so viele Details und kleine Punkte verbessert wurden. Und wir haben ja gerade in der letzten Folge 68, haben wir ja auch sehr ausführlich über Apples vorinstallierte Apps gesprochen und was da auch an Verbesserungen drin war. Also da kann man auch nochmal reinhören, wenn man da sich dem Thema widmen möchte. Aber das war, glaube ich, die Stärke von iOS 17, dass Apple einfach unglaublich viele Ecken angefasst hat und so kleine, aber dann doch sehr nützliche Sachen im Alltag halt verbessert hat oder Funktionen dazu gebracht hat. Und das eine Geschichte ist halt irgendwie diese PDF, also PDF-Dokumente, Formulare ausfüllen, zu vereinfachen, sodass du halt deine Adressdaten gleich eintragen kannst, wenn du willst, aus dieser Automatik hier Adresse eintragen. Das ist nichts Weltbewegendes, aber es ist einfach unglaublich bequem, weil man doch immer noch so oft auf diese Art von PDF-Dokument trifft, was sich halt nicht ausfüllen lässt, was du aber ausfüllen musst. Und dann musst du ja immer dasselbe eigentlich eintragen, plus halt ein paar andere Sachen. Deshalb also solche Sachen, dass man AirTags teilen kann. Das sind alles solche Sachen, okay, das hätte schon am Start dabei sein können, jetzt kam es halt mit iOS 17, aber hurra, es geht jetzt wenigstens. Also all diese, auch Offline-Karten in Apple Maps ist jetzt was, was ich auch noch nicht oft benutzt habe, aber es war einfach so eine große Funktion, die gefehlt hat und die jetzt einfach integriert ist und, glaube ich, gefühlt auch sehr nahtlos läuft. Also zumindest sind mir jetzt keine größeren Beschwerden mal über den Weg gelaufen. Das sind schon wichtige Sachen. Passwörter teilen mit dem iCloud-Schlüsselbund hat den extrem nützlicher gemacht für jeden, der das irgendwie mit Familie oder Freunden auch benutzt. Ist einfach super, super wichtige Funktion gewesen, die halt einfach bislang nicht vorhanden war und jetzt einfach selbstverständlich da ist. Genauso Carplay-Musiksteuerung. Also jeder, der irgendwie mit Teenagern oder ähnlichen Gesellen im Auto unterwegs ist, weiß es zu schätzen oder vielleicht auch nicht zu schätzen, dass die jetzt über ihre iPhones die Musik auf Carplay steuern können. Es wird jetzt sehr schwer zu argumentieren, dass man den Musikgeschmack des Juniors oder der Junioren nicht teilt. Ja, es sind wirklich so Kleinigkeiten. Das ist ja alles, das geht auch so ähnlich ja schon fast in die Schublade wie das AirDrop übers Internet. Also Apple hat eben wirklich an Funktionen die Hand angelegt, die jetzt nicht immer so breitentauglich sind. Also dass jeder sie jeden Tag einsetzt, so wie in der Vergangenheit immer der Anspruch war an Features. Da wurden ja Features immer daran gemessen, dass sie möglichst viele erreichen und möglichst täglich im Einsatz sind. Und wir haben dieses Zeitalter ein Stück weit ja verlassen. Wir sind jetzt so wirklich in dieser, ich sage immer, im Zeitalter der Konsolidierung der Smartphone-Betriebssysteme. Man merkt ja auch, dass ja auch so in Cupertino manches hinterfragt wird nach all den Jahren, dass man mal drauf guckt und sagt, was hat in den letzten zehn Jahren an der Stelle wohl gefehlt? Und dann wird das plötzlich ergänzt. Und wenn wir jetzt mal so schon diesen kleinen Exkurs machen auf iOS 18, was wir bislang hören, dann scheint das ja auch weiter zu gehen. Also wenn ich jetzt höre vom Homescreen, wo da eben dann Platzhalter möglich sein sollen, damit man eben die Icons freier arrangieren kann. Auch das ist ja so eine Geschichte. Wir haben in der letzten Folge ja, glaube ich, schon darüber gesprochen, wo einfach dann mal drüber nachgedacht wurde. So wie ist das noch zeitgemäß? Ist das noch zeitgemäß oder was fehlte den vielen Nutzern in der ganzen Zeit? Und so haben wir das in iOS 17 auch gesehen. Und natürlich auch interessant, dass halt bestimmte Funktionen auf anderen Geräten halt durch iOS 17 freigeschaltet werden. Also das prominenteste Beispiel ist halt im Zusammenspiel mit AirPods Pro oder spezifisch AirPods Pro 2 halt dieses adaptive Audio, was praktisch automatisch halt zwischen Transparenz und Geräuschisolierung hin und her schaltet. Und ich muss sagen, das ist mein Dauermodus einfach geworden. Also ich benutze eigentlich gar keinen anderen Modus mehr mit den AirPods. Oder manchmal benutzt man natürlich die Geräuschunterdrückung schon aktiv oder ich aktiv. Aber adaptives Audio ist eine sehr sinnvolle Erweiterung gewesen, die vorher in der Form halt ja nicht vorhanden war auf Apples AirPods. Hast du noch etwas bei iOS 17, wo du sagst, das war wirklich was, was du in deinen Alltag sehr, sehr beharrlich Einzug gehalten hat? Also wo ich, was ja für mich zunehmend an Bedeutung gewinnt, aber das ist ja so ein Langläufer, ist ja diese ganze Passkeys-Geschichte. Apple hat ja auch bei der Apple ID das glücklicherweise endlich eingeführt, dass man Passkeys nutzen kann. Aber ich sehe eben auch in zunehmendem Maße, dass jetzt eben auch weitere Anbieter auf diesen Zug springen und eben Passkeys als Alternative zum Passwort anbieten. Und das macht mir einfach unglaublich Freude. Also ich verstehe gar nicht, warum so viele Anbieter noch so zurückhaltend sind und nicht da auch drauf springen und das anbieten. Aber das braucht anscheinend wirklich Zeit, bis es überall implementiert wird und ja auch als nützlich angesehen wird womöglich. Ja, ich glaube, man muss halt natürlich auch viele Ängste und Hürden, glaube ich, überbinden, weil Leute auch natürlich, dass das Passwort mit all seinen Schwierigkeiten und Unabwägbarkeiten hat, ist natürlich auch ein sehr etabliertes System auf der anderen Seite, was natürlich viele Jahre und Jahrzehnte sich auch bewährt hat und natürlich auch all seine Probleme mit sich gebracht hat. Und ich verstehe manchmal, also ich denke auch immer, aber die Passkeys, wenn man sie halt mal einsetzt und wenn man natürlich auch, also ich meine, wenn du viel zwischen verschiedenen Betriebssystemen wechselst, dann fängt es immer schon an, komplexer zu werden. Aber solange man sich in einem Ökosystem bewegt, das muss jetzt gar nicht spezifisch Apples Ökosystem sein, aber sich halt in einer Plattform bewegt, dann ist es halt sehr, sehr bequem. Und ja, ich glaube, die ganze Passkey-Geschichte ist aber auch eng daran gekoppelt, welche Nutzungsgewohnheiten die Leute bislang bei Passwörtern haben. Und da sehe ich so zwei Fraktionen. Auf der einen Seite sehe ich diejenigen, die jetzt schon bislang sehr sicherheitsbewusst unterwegs waren, sehr komplexe Passwörter haben und für jeden Dienst ein eigenes. Die sind es ja ohnehin schon gewöhnt, dass sie eine Art Masterkey haben, also sprich ihren Passwortmanager, entweder die iCloud, den Passwortspeicher oder eben eine dritte App. Und dort haben sie ein Masterpasswort oder eben mit Biometrie. Und das ist ja gar nicht so weit weg von den Passkeys, wo du im Grunde genommen ja auch mit diesem Master-Schlüssel dann arbeitest und dann eben Zugriff hast auf die einzelnen Dienste. Für die Leute ist das eigentlich keine nennenswerte Umstellung, außer dass es vielleicht noch ein bisschen komfortabler zugeht, als es bislang mit dem Passwortmanager war. Die anderen, die im schlimmsten Falle mit einem Passwort überall durchs Leben gehen, sehen erstmal nicht so wirklich die Nutzen darin, die Vereinfachung, weil sie sagen, wieso, mein Passwort kenne ich doch. Und zum anderen haben sie, glaube ich, auch nicht die Nutzungsgewohnheit. Und da kommt eben auch genau diese Sorge, die du beschrieben hast, dieses von wegen Kontrolle aus der Hand geben. Also das, was eigentlich unsicher ist möglicherweise, ist für sie aber eher ein Kontrollgefühl, das Gefühl, die Dinge eben im Griff zu haben. Und so was ich sehe, ist das keine ganz kleine Fraktion, die so unterwegs ist da draußen. Vielleicht spielt das auch so eine Rolle, dass die Passkeys erstmal so ein bisschen diesem nerdigen Touch entwachsen müssen. Ja, ich glaube schon. Also da muss auch einfach, glaube ich, noch viel Erklär- und Überzeugungsarbeit auch von den verschiedenen Anbietern. Und wenn sich das dann erstmal so als generell verfügbares, mindestens als Option oder teilweise auch eben die Option dir gegeben wird, gleich beim Anlegen von einem Account das über einen Passkey zu machen, dann wird das halt auch immer noch, also das war ja schon klar, als Apple auch sich darauf eingeschwenkt ist, dass das alles sehr lange und lange und lange dauern wird. Und Apple war ja auch ein Element, die haben ja von Anfang an darauf halt natürlich auch gepocht, dass dieses System, dass im Hintergrund muss halt eine Cloud-basierte Lösung sein, die halt diese Passkeys halt synchronisiert. Und da gibt es natürlich auch bei den Leuten, die sehr, sehr, sehr sicherheitsbewusst sind, gibt es natürlich da auch Widerstände, weil da ist natürlich diese Kombination aus Passwörter und Cloud ist nicht unbedingt dann immer bevorzugt und beliebt und wird auch abgelehnt aktiv. Und dafür gibt es, glaube ich, auch Argumente, aber dann bewegen wir uns halt schon in einer sehr abgesicherten Welt und die halt irgendwann auch einfach sehr unbequem wird an einem gewissen Punkt. Also ja, wo ist der Kompromiss zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit? Und ich denke, Passkeys, so wie sie im Moment angelegt sind, sind halt ein ganz guter Kompromiss, weil sie sind halt super bequem, sie sind sehr sicher, aber du hast natürlich noch bestimmte Punkte, wo du sagen kannst, ja, okay, noch sicherer wäre es, wenn wir halt die Cloud irgendwie ganz raussperren würden. Aber was passiert halt dann, wenn dein Gerät verloren geht, dann bist du halt aufgeschmissen. Oh, warte kurz hier, mein iPhone sagt gerade, du podcastest mit Leo, möchtest du einen Journal-Eintrag machen? Was sagst du denn zur Journal-App? Naja, sie ist da. Ich habe auch die, ich habe diese Journaling-Vorschläge eingeschaltet, um das auszuprobieren und deshalb liefert mir so, wie in deinem sehr schönen gewählten Beispiel eben, die Journal-App liefert mir relativ regelmäßig dann Vorschläge und sagt, willst du nicht mal Journal-Eintrag jetzt dazu machen oder dazu? Und ich finde, das ist schon diese Basis-Idee, die ganzen, diese ganzen vom iPhone gesammelten Informationen und Daten zu nehmen, die das iPhone eben sowieso kennt und weiß und mir deshalb zu sagen, willst du nicht dazu was schreiben, anstatt dem Nutzer halt diese komplette, du musst jetzt genau überlegen, was du heute gemacht hast und dann über deinen Tag schreiben, um das so ein bisschen abzunehmen. Das finde ich sehr clever und dass sie das ja auch als eine Schnittstelle für andere Apps halt angeboten haben, die das ja eben auch integrieren können. Das war, glaube ich, insgesamt ein guter Schritt. Bei mir persönlich hat es jetzt keine, keine Routine. Trotz der Erinnerungen habe ich keine Tagebuch-Routine bis jetzt entwickelt. Groß, ich habe es immer wieder ausprobiert und habe natürlich einfach mal automatisiert, dann Sachen hinzugefügt. Aber es ist ja im Moment auch einfach wie so ein großer Blob, der einfach wie so eine lange Zeitleiste da durchläuft und du kannst halt ein bisschen filtern. Aber es ist ja sehr rudimentär. Ich glaube tatsächlich auch, es ist eine Vorstufe, aber es ist auf dem richtigen Weg. Also die Idee, den Nutzer bei passender Gelegenheit aufzufordern oder zu ermuntern, auffordern ist ein bisschen übertrieben, aber zu ermuntern, zu sagen, hey, ich bemerke, hier passiert gerade was möglicherweise Relevantes, Erinnerungswürdiges. Willst du es dokumentieren? Die finde ich verdammt gut. Und ich habe auch den Eindruck, dass das jetzt schon ziemlich passgenau unterwegs ist. Dass es also erkennt, dass wirklich relevante Ereignisse sich gerade zutragen. Und gerade wenn man unterwegs ist, merke ich das halt immer dann so, dass so Ausflüge, da wird dann halt immer schon ermuntert. Willst du dann jetzt nicht die Fotos, die du gemacht hast, irgendwie beschreiben? Das Problem ist an der Stelle, dass dann, wenn das kommt, ich meistens noch irgendwie nicht, ich habe andere Dinge um die Ohren, als da irgendwelche Tagebucheinträge zu schreiben. Und später am Abend habe ich vielleicht keine Lust mehr. Weißt du, der Punkt ist für mich, und das wäre ein super Einsatz für KI, dass ich einfach ein paar Stichworte gebe. Dass ich sage von wegen, sprich mal ein paar Sachen ein. Ja, ich bin jetzt hier gerade, gucke mir gerade Miniatur Wunderland in Hamburg an. Viele schöne Lokomotiven, die Kinder haben sich gefreut. Und dass dann die App per KI, per generativer Text-KI meinetwegen, dann diesen Eintrag selber verfasst. Und mir ist es ehrlich gesagt auch dann egal. Es muss keine persönliche Stilnote haben. Aber dieses Dokumentieren wäre an der Stelle eigentlich ganz lustig, dass man Jahre später zurückgreift und sagt, ach guck mal, damals haben wir das und das hat uns fasziniert oder so. Oder vielleicht auch in der Verknüpfung mit deiner Fotomediathek, sag ich mal, um die Suchfunktion deiner Fotomediathek oder diese Widget-Vorschläge noch klüger zu machen. Das würde Apple ja selber auch helfen, wenn du da so ein bisschen Futter gibst und noch mehr über dich preisgibst, was du wertschätzt und was dich interessiert hat. Ja, ich denke, da ist auch das Potenzial für KI, wird, glaube ich, an diesen Punkten am deutlichsten, dass man solche Sachen wirklich auch automatisiert machen kann. Und die KI sich ja auch praktisch die Bildinhalte, die kann ja erkennen, was in der Szene, in der Bildszene, können sich auch Informationen ja aus den Fotos holen, kann die auch in Textform übertragen. Und wenn die dann kombiniert werden mit deinen persönlichen Stichworten oder mit einer kurzen, per Sprache halt schnell eingesprochenen Element von diesem Erlebnis oder von irgendeinem Museumsbesuch oder was auch immer man gemacht hat, Ausflug, dann ist da natürlich wirklich das Potenzial dabei, sich abends hinzusetzen und da wirklich penibel aufzuschreiben, was einem dann besonders gefallen hat. Und ich finde das sehr bewundernswert, wenn Leute das machen und schaffen, aber ich bin dazu auch, also nicht, habe das bis jetzt nie ernsthaft als eine Routine entwickeln können. Ich glaube, das geht der Mehrzahl der Nutzer so und das ist sicherlich noch ausbaufähig. Aber gut, das ist die erste Version und vor dem Hintergrund kann man da vielleicht jetzt auch das, was sie können soll, kann sie gut und es ist vielleicht ein Ausgangspunkt. Und wie so oft bei Apple darf man gespannt sein, ob sie darauf aufbauen oder ob es dann vielleicht eine App ist, die dann erstmal so ein bisschen dann auch in Vergessenheit wieder gerät und dass sie auf anderen Baustellen unterwegs sind. Da bin ich mal gespannt, mit welcher Inbrunst sie diese Journal-App jetzt weiterentwickeln werden. Ich glaube, da können wir auch einen Knoten unter iOS 17 machen oder einen Haken. Den Knoten macht, glaube ich, die EU unter iOS 17. Das waren ja jetzt die letzten Funktionsneuerungen, die wir noch gesehen haben und die wir jetzt auch mit 17.5 sehen, dass also auch das Website-Loading praktisch dann möglich wird oder die Basis dafür geschaffen wird. Und wir haben natürlich gesehen, aber noch nicht wirklich greifbar die alternativen App-Marktplätze, von denen es ja faktisch auch noch keinen richtig gibt, zumindest keinen öffentlichen. Also da sind ja Sachen jetzt einfach nur die Basis ist dafür geschaffen, dass halt diese alternativen Vertriebswege zum App-Store entstehen können, theoretisch zumindest, wenn halt die geschäftliche Seite geklärt ist und die EU alles geklärt hat, was sie klären möchte und Apple all seine Strategien gefahren hat, die sie fahren möchten. Und wenn sich da ein bisschen der Staub gelegt hat, dann werden wir sehen, ob wir in den nächsten Wochen und Monaten wirklich die ersten interessanten alternativen App-Läden mal sehen werden. Das zeichnet sich ja so ganz grob ab, aber so richtig greifbar ist es im Moment noch nicht. Was ist denn so dein Zwischenfazit jetzt nach iOS 17? Ist das für dich ein großer Schritt voraus oder dürstet es dir jetzt nach einer größeren Veränderung in iOS 18, wie sie ja manchmal zumindest optisch ja auch spekuliert wird? Ich meine dafür, dass Smartphones und Smartphone-Betriebssysteme, und du hast das vorhin auch schon erwähnt, zu einem gewissen Grad so ausentwickelt sind, was halt Features angeht. Ich meine, wir hatten in den Frühzeiten, da war halt jedes jährliche iPhone-Update, iOS-Update, da waren halt immer riesige Sachen, die gefehlt haben und die gestopft werden müssen. Und über diese Zeiten sind wir natürlich längst hinaus. Ja, also Zeiten, in denen halt Copy und Paste als Neuerung kamen, weil halt endlich können Sachen kopiert und eingefügt werden. Das waren halt solche Punkte kommen natürlich nur einmal in der Entwicklung von einem Betriebssystem. Und das sieht man ja auch bei Android. Also es ist halt, du hast halt nicht mehr. Und Apple schafft es ja immer noch erstaunlich gut eigentlich, dieses riesen Brimborium an Funktionen jedes Jahr da reinzupacken. Da ist ja bei Android zum Beispiel viel ruhiger geworden in den letzten Jahren schon, was so Feature-Neuigkeiten angeht. Das sind natürlich auch neue Sachen und da passiert ja auch, mit KI passiert natürlich auch viel. Aber da hat Apple hat noch an dieser alten Welt, so wir liefern hunderte von Funktionen halt mit dem Update. Und seien es dann halt irgendwelche winzigen Funktionen, aber die auch sehr nützlich sein können, wie wir eben schon besprochen haben. Oder halt, aber diese großen Sachen, diese großen Fehlstellen sind so ein bisschen verschwunden gegangen. Bei mir ist immer so, also Mitteilung, also Benachrichtigungssystem, das kann glaube ich immer mal wieder angefasst werden und muss immer neu gedacht werden. Was für Mitteilungen will ich eigentlich? Da könnte man auch KI mal wieder, also so hier löst deinen 5% Gutschallhaben-Bonus ein. Dafür brauche ich keine Push-Benachrichtigung. Aber ich kriege sie halt trotzdem, weil ich vielleicht eine App installiert habe, bei der ich halt auch mir Essen liefern lasse und die mir halt auch pusht, wenn halt die Lieferung auf dem Weg ist oder sowas nützlich ist. Aber die mir halt auch alle Gutscheincodes hinterher pusht, die halt völlige Banane sind. Und das ist halt was, wofür wir noch keine Antwort oder auch Apple eben und iOS noch keine Antwort gefunden hat. Und ich glaube auch Android keine Antwort gefunden hat. Ich glaube, da hat man ein bisschen Möglichkeit noch irgendwie einzusortieren, wahrscheinlich besser, aber da wäre irgendwie, da würde ich mir wünschen, dass das mal neu gedacht würde. Und ich glaube, da wiederhole ich mich auch, aber für mich ist Clipboard-Manager immer noch so ein Punkt hier nicht mehr. Also die Zwischenablage, die man halt, eine flexible Zwischenablage, die sich merkt, was man alles in die Zwischenablage packt, das würde ich mir für iOS und für iPadOS schon sehr wünschen, dass das so ein bisschen auf dem Niveau von macOS dann auch ankommt. Also wäre das iPhone eine Immobilie, würde ich sagen, es braucht weiterhin eine Renovierung im Bestand, dass man sozusagen dann eben mit den vorhandenen Strukturen, aber weil du gerade das Messaging angesprochen hast, also die Push-Nachrichten, da wäre halt einiges denkbar. Aber ohne es jetzt so unbedingt grundlegend zu verändern. Ich muss auch sagen, also bei bestimmten Sachen weiß ich auch gar nicht, im ersten Moment der Haareffekt wäre groß, wenn es mal so grundlegend verändert ist, aber ob es dann wirklich dann mit diesen über viele Jahre eingezogenen Grundbenutzungsgewohnheiten dann so übereinkommt oder ob da auch viel Frust entsteht, weiß ich gar nicht so recht. Also das Smartphone ist ja eben auch dermaßen eng verknüpft mit dem Alltag mittlerweile, dass man auch wirklich darauf angewiesen ist, es möglichst schnell dann für bestimmte Zwecke einzusetzen. Und da will ich dann nicht die Bedienung nochmal wieder von Grund auf neu lernen müssen. Insofern kann man vielleicht auch tatsächlich nur in kleinen Schritten das verändern. Wenn wir mal so die letzten Jahre sehen, hat Apple ja doch in der Summe schon einiges signifikant geändert. Wenn man an die Widgets auf dem Homescreen denkt, wenn man auf die Widgets auf dem Sperrbildschirm denkt, wenn man an die dynamischen Sperrbildschirme denkt. Also so im Vergleich zu vor fünf bis zehn Jahren hat sich iOS ja schon doch deutlich geändert. Aber Apple macht das in Portionsgrößen, die es allen ermöglichen, langsam da heranzukommen, damit es eben nicht dann Nutzern so plötzlich ihre gewohnte Umgebung nimmt. Und die schier verzweifeln angesichts dieser vielen neuen Möglichkeiten oder optischen Veränderungen. Die da sind. Sehr wahr. Was sich wenig verändert hat in den letzten Jahren ist macOS. Das hat sich natürlich auch verändert. Also es ist ja nicht so, als wäre macOS stehen geblieben. Aber gefühlt sind viele der Neuerungen natürlich Funktionsgleichheiten dann mit iOS gewesen. Also Apps und spezifische Funktionen, iCloud-Funktionen, die halt dann natürlich auf allen Plattformen angekommen sind und eben damit auch einen Großteil von dieser Feature-Liste von macOS immer bestimmt haben. Das ist zwar auch dann erfreulich, wenn man diese Apps und Dienste von Apple halt benutzt, weil die natürlich auch in macOS sinnvoll sein können oder sind auch, je nachdem welche sie sind. Aber macOS selbst ist natürlich, wirkte dann auch so ein bisschen statisch und eher so, dass ja Apple dann Sachen angefasst hat, wie halt die Systemeinstellungen, wo Leute dann eher schon gesagt haben so, ja okay. Aber muss das, hätte das wirklich sein müssen? Also war das jetzt so essentiell, diese Systemeinstellungen auch noch so aussehen zu lassen, wie sie halt irgendwie auf dem iPhone und auf dem iPad aussehen? Und ist mir da als Nutzer wirklich mitgeholfen? Und ich glaube, diese Diskussion ist noch nicht abgeschlossen. Von diesen Leuten habe ich auch gehört. Also ich glaube, diese Änderung ist ja von purem Zorn bis hin zu völligem Schulterzucken löst die sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Und ich persönlich gehöre so eher ein bisschen in diese Schulterzucken-Ecke, weil ich finde es auch gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, diese Änderung. Aber es war nicht so, als wäre ich komplett daran verzweifelt, weil ich suche eigentlich. Wenn ich es nicht finde, dann benutze ich halt die Suche und schaue halt, welche Einstellungen ich da genau brauche. Und ja, ich habe auch nicht täglich was einzustellen. Also so gesehen ist das jetzt vielleicht auch weniger dramatisch dann, dass da sich etwas geändert hat, wenn ich es denn überhaupt noch finde. Und ja, aber letztendlich ist die Einstellung-App zeigt ja sehr schön, was du schon gesagt hast, diese Wechselbeziehungen zwischen den Betriebssystemen werden immer größer. Und beim Mac habe ich den Eindruck, werden die Wechselbeziehungen manchmal eher so in Richtung iPadOS, iOS verlagert. Also dass der Mac immer so ein bisschen was preisgibt von seiner Identität. Und deshalb ist ja auch diese Besitzstandswahrungsfraktion ja auch sehr erbost, immer wenn ihnen wieder was weggenommen wird. Und wenn dann tatsächlich Apple natürlich auch sich da kleine Lapsi erlaubt, wie dass man da etwa das Einstellungsfenster nicht vernünftig jetzt wie andere Fenster frei justieren kann, sondern dass es sehr starr ist und nicht dann verändert werden kann. Also das weckt natürlich Misstrauen, fängt ja schon beim Lockscreen an, der ja jetzt auch sehr iOS oder iPadOS-artig daherkommt. Aber ich muss sagen, ich liebe ja diese Zoom-Animation, diese Videos da. Ich finde den auch. Also ich meine, man kann dann sagen, ach ja, Spielerei und es ist Spielerei. Aber auch damit ist durchaus mal was gewonnen. Also ich würde da gar nicht so eine negative Verbindung dran knüpfen, sondern ich finde diese Änderung auch. Sie ist ja eine visuelle, kosmetische Änderung, aber sie ist so präsent. Und ich meine, wie oft, also ich meine, mein Mac zum Beispiel ist nie runtergefahren, sondern er schläft halt. Also ich klebe halt, entweder klappe ich das MacBook auf oder weg halt irgendwie Mac Mini oder was auch immer, Desktop-Mac auf. Und damit sieht man ja immer als erstes diesen Sperrbildschirm letztlich. Und zumindest mal kurz, ja, Apple Watch-Entsperrung geht ja immer relativ flüssig irgendwie vonstatten, auch mitunter. Aber trotzdem, wenn man mal das an einem Mac macht ohne Apple Watch-Entsperrung, dann sieht man, okay, dieser Sperrbildschirm ist da, der ist animiert. Und man hat ja sehr viele schöne Motive, die auch Apple da irgendwie zur Auswahl stellt, die man sich auch lohnt, die durchzuprobieren, auch zu wechseln, weil die wirklich eigentlich fast alle sehr schick sind. Und die große Uhr, ich meine, ist halt einfach prominent jetzt da zu sehen und unten das Anmelden. Da haben sie ja auch nochmal ein bisschen nachgebessert, weil da war so ein bisschen Hickhack mit denen, wenn du verschiedene Benutzer auf dem Mac hast, das war am Anfang etwas frustrierend gewesen, wie du da den Benutzer wechselst. Aber ich glaube, inzwischen ist es okayisch. Das hat auf dem iPad keine Tradition. Ja, genau, da gab es kein Vorbild, weil es sich das iPad dagegen wehrt. Aber unterm Strich habe ich, finde ich auch, also so klein die Änderung, also so klein die Änderung von dem, also es ist ja keine funktionelle Erweiterung, aber ich empfinde es auch als eine angenehme Änderung. Und es ergibt dem Ganzen so einen moderneren Anstrich, den ich durchaus auch mag. Und auch dieser Übergang dann, wenn man dann halt den Mac entsperrt, dass es sich dann praktisch in das Wallpaper des Betriebssystems hinein animiert. Also da hat sich schon jemand sehr viel Mühe gegeben, muss man sagen. Und das ist eine Seite, die manchmal auch bei macOS unter den Tisch gefallen ist. Also auch diese visuelle Seite, die ist ja durchaus ein Element, was zumindest ich an macOS in all den Jahren immer sehr geschätzt habe. Und da gab es Jahre, wo das auch einfach keine Beachtung, keine Beachtung gefangen hat, was schade war. Ja, es muss auch einen Grund haben, warum macOS immer einen Monat später rauskommt, als der hässliche Betriebssystem. Soll die Animation noch fein abstimmen. Das braucht ein bisschen Zeit. Was für mich ja wiedererwartend begeisternd ist, im ersten Moment habe ich dann gedacht, brauchst du nicht, sind tatsächlich diese Widgets, die du dann auf den Bildschirm, auf den Desktop legen kannst. Und ich finde das auch eine pfiffige Idee, wie du da auch diesen Brückenschlag zu deinem iPhone herstellen kannst. Das ist jetzt so von Apples Gedanken des geschlossenen Ecosystems ausgesehen, dass du da eben diese Wechselbeziehungen hast. Ja, ich habe sie auch länger im Einsatz gehabt, aber bei denen ging es mir so ein bisschen wie mit dem Standby-Modus vom iPhone, dass ich sie eigentlich als nützlich empfunden habe, aber dann in der Praxis gemerkt habe, dass mein Mac-Schreibtisch, also ich meine, ich habe vielleicht Leute natürlich, Leute, die irgendwie mehrere Monitore und sehr große Monitore haben, die profitieren wahrscheinlich mehr davon, aber ich arbeite dann doch sehr oft auch auf dem Mac-Book und habe dann gemerkt, da ist halt, mein Bildschirm ist meistens halt mit Fenstern voll. Da sehe ich vom Schreibtisch oder eben vom Wallpaper, vom Hintergrund, vom Schreibtisch-Hintergrund sehe ich praktisch nichts und damit sehe ich auch von den Widgets nichts und weil ich sie nicht sehe, habe ich sie auch praktisch nicht gepflegt oder mir nie die Mühe gemacht, sie einzurichten, außer als ich es ausprobiert habe halt. Und deshalb nützliche Funktionen eigentlich, aber nur, wenn man halt mindestens einen Teil seines Schreibtischs doch regelmäßig wirklich sieht oder sich bewusst daran erinnert und halt wenigstens da mal reinschaut, aber dann schaue ich tatsächlich eher aufs iPhone, muss ich sagen, um diese Widgets dann zu benutzen. Also das ist das komische, die komische Situation dann, dass man es eben auf beiden Geräten hat. Aber ich fand es schon, also vom Konzept her finde ich es ein gutes Konzept zu sagen, wenn es diese Widgets halt nicht für macOS gibt, dann bring halt einfach die iPhone-Widgets auf macOS und nimm diese Hürde, dass es halt eine bestimmte App halt für macOS nicht gibt, löst du einfach damit auf, dass du halt das iPhone da als Bespeise dieses Widgets heranziehst. Schon clever. Ja, und auch, sag ich mal, das aus der Welt schaffen, das ist einer historischen Merkwürdigkeit. Wir hatten ja damals da auch diese Möglichkeit, bestimmte, auf dem Mac bestimmte, so eine Art Widget irgendwie auch anzulegen. Das hat Apple ja alles zurückgenommen und dieser Neustart mit den Widgets, da ergibt das ja irgendwie einen Sinn, dass du so eine rote Linie hast dann eben durch das Ecosystem. Natürlich mal vorausgesetzt, dass du dann eben auch alle Geräte hast, das machen sie natürlich auch sehr klug. Dann hast du den größten, größten Nutzwert davon. Ansonsten natürlich, wenn du jetzt ein Android-Gerät lieber hast und ein Mac, ja, dann reduziert sich das dann schon so ein bisschen. Insofern ist es nicht nur eine Frage der Bildschirmgröße oder der Zahl der Bildschirme, sondern tatsächlich auch deiner Gerätesituation. Bist du wirklich dem ganzen Apple-Ecosystem verfallen, sag ich mal jetzt, dann hast du natürlich den größten Nutzwert, weil alles Mögliche geht. Wenn du es nicht hast, dann reduziert sich das ja schon wieder tüchtig. Ja, der andere doch für mich jetzt in der persönlichen Nutzung erstaunlich erfreuliche Änderung in MacOS 14 waren tatsächlich die Web-Apps. Ich meine, es gab ja verschiedene Tools, mit denen man sich schon irgendwie Web-Apps halt auf den, also praktisch in eine App-Form packen konnte, sodass die halt dann als App-Icon irgendwo auf dem Homescreen sind. Und Chrome macht das ja auch und du kannst ja verschiedene mit anderen Browsern das auch hinbekommen. Aber das war jetzt halt die Basiseinbindung in Safari natürlich und praktisch in App-Sport-Mittel. Und ich finde es halt sehr nützlich, einzelne Web-Apps, ganz klassische, auch einfach in einem eigenen Fensterchen, in einem eigenen App-Fenster zu haben. Und die sind ja dann, laufen ja auch unter Umständen dann getrennt eben vom Browser, sodass du dich halt in einen anderen Google-Account einloggen kannst. Oder zum Beispiel im Browser halt nicht im Google-Account eingeloggt bist, aber dafür halt in der Web-App in deinem Google-Account eingeloggt bist, um das so ein bisschen aufzuteilen. Das finde ich alles recht, recht hilfreich und also benutze ich doch fast täglich, würde ich sagen. Irgendeine von den Web-Apps sind doch auch täglich dann immer mal wieder bei mir im Einsatz. Dafür gibt es, glaube ich, genug und man kann sich auch einfach eine Webseite, also wenn man irgendwie sagt, hier, Mac and i-Webseite, will ich einfach speichern, dann speichert man sich einfach die Mac and i-Webseite und dann hat die einfach in einem eigenen Fensterchen und kann sie halt aufrufen, schnell über Stock oder wo auch immer man seine Apps-Icons halt rumfliegen hat. Und das finde ich, ist schon nett. Soll er Unternehmen geben, die mal gesagt haben, dass Web-Apps keinen Mensch mehr nutzt. Dass man sie auch kurz mal rauswerfen kann, willst du sagen? Ja, genau. Aber ich weiß auch nicht, was für ein Unternehmen... Das war, glaube ich, ein großes Missverständnis in fehlender Hinsicht. Apropos Missverständnisse, da kann man eigentlich schon den Brückenschlag machen zum nächsten Betriebssystem. Und da stellen sich einem ja auch mal so einige Fragen nach wie vor. iPadOS 17, ja, die Hoffnung, dass das jetzt mal wieder aufschließt oder vielleicht so sehr individuelle Akzente setzt, dass man sagt, diese historische Trennung zwischen iPadOS und iOS gibt für den Nutzer jetzt einen großen Sinn, hat es nicht wirklich gegeben, oder? Ja, für den Nutzer kaum. Also ich meine, klar, mit diesen Geschichten wie Stage Manager und halt Support für externe Bildschirme, die du zumindest jetzt... Also ich meine, du brauchst halt ein super hochgerüstetes, teures iPad dafür, um diese ganzen Funktionen nutzen zu können. Und dann bleibst du aber immer noch so eingeschränkt in fehlenderlei Hinsicht, jetzt zumindest wenn man die Parallele halt zum Mac zieht oder von mir aus auch zu einem Windows-PC, dass du halt, ja, dass du halt an einem gewissen Punkt oder zumindest ich stoße auch immer wieder halt an diese Ecken, wo ich dann nicht weiterkomme. Also und sage das auch als jemand, der sein iPad eigentlich gern mag. Also ich benutze mein iPad auch gern und es ist bei mir auch regelmäßig im Einsatz, aber es ist auch ganz klar das Gerät, auf das ich als erstes verzichten könnte, weil es halt nicht essentiell ist, sozusagen schönes zu haben, aber keineswegs ein wirklich wichtiges Dauergerät. Und daran hat sich halt auch mit den iPadOS-Updates tatsächlich nichts geändert, dass ja jetzt wirklich eher so ist, dass für Apple es halt praktisch ist, dass sie iOS und iPadOS aufgespalten haben, weil sie halt dann jetzt erstmal die EU hinhalten können. Wobei wir da ja noch nicht wissen, was der letzte, die letzte Entscheidung ist. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass iPadOS letztlich unter dieselben Regeln fallen wird wie iOS, weil die Geräte, also weil die Systeme natürlich zu eng eigentlich aneinander geknüpft sind. Also ich fände es sehr komisch, iPadOS da auszusparen, aber mal sehen, was die EU sich dazu ausdenkt. Ja und aus Nutzerperspektive ist es ja sogar eine sehr unbefriedigende Situation, weil ich glaube, das wird, wenn die alternativen Appstores zum Fliegen kommen, eine sehr häufig zu hörende Frage sein, warum geht denn das auf dem iPad nicht? Also ich glaube, von allen Geräten ist die Erwartung da am höchsten, dass eben dieser Standard, der jetzt in der EU auf dem iPhone etabliert wird, auch auf dem iPad funktioniert. Ich glaube, auf der Apple Watch und auch an anderen Betriebssystemen hast du weniger diese Erwartungshaltung. Also das nützt Apple erstmal sehr stark, aber das wird vielleicht, je nachdem, wie sich das entwickelt, dann nicht so bei den Nutzern dann gut ankommen. Ja, weißt du, für mich ist so ein bisschen der Punkt einfach, dass immer noch Funktionen, immer mit dem Jahr Verzögerung kommen. Auch so Dinge, die du eigentlich gerne gleich in deinem Gerätepark, wenn du Apple-Geräte durchweg besitzt, flächendeckend umsetzen möchtest. Es ist halt so frustrierend mit anzusehen, dass iPadOS auch bei Apple halt so ein bisschen hinten runtergefallen scheint. Also nicht nur durch diese eben offensichtliches, wir hinken iOS hinterher, sondern auch diese neuen Apps, die jetzt halt dazukamen. Gerade in den letzten Monaten hat man das sehr, also Apple hat das praktisch selbst andauernd unterstrichen, dass sie da keinen Fokus drauf haben. Also wir hatten ja die Journal-App, die wir schon angesprochen hatten, die neu kam, die es einfach nicht fürs iPad gibt. Wir hatten in den USA zumindest diese Sports-App, die es halt nur fürs iPhone gibt. Und Apple Music Classical, was neu kam, hat, ich weiß nicht mehr, Monate gedauert, bis da eine iPad-Version hinterher kam. Ich meine, klar kannst du immer irgendwie die iPhone-Version natürlich auch benutzen, aber es ist halt, also das kann es halt nicht sein. Und das ist schon, da hoffe ich, dass wir irgendwie vorankommen. Ich meine, jetzt hat es mit iPadOS 17, hat es zum Beispiel Apple Health aufs iPad geschafft, was erfreulich war. Aber ich meine, wie lange gibt es Apple Health? Also ich müsste nachschauen. Es gibt es auf dem iPhone, es gibt es sehr, 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 sehr lange schon auf jeden Fall. Und es ist natürlich, klar kann man immer darüber diskutieren, wie wichtig ist das halt auf einem anderen Gerät. Aber es ist zum Beispiel sehr praktisch auf dem größeren iPad, halt diese ja sehr datendichte App, die die Health-App nun mal ist, halt auf dem großen Display anzuschauen, die gewinnt halt davon. Und diese Option zu geben, ist einfach, war überfällig. Und natürlich auch jetzt so ein bisschen, da ist ja auch ein bisschen mit dran geknüpft, könnte man nicht auch die Apple Watch mal jetzt allein mit einem iPad aufsetzen und solche Geschichten, die an Apple Health halt geknüpft sind. Also das sind Punkte, wo ich auch immer noch nicht weiß. Ich meine, wir werden wahrscheinlich, vermutlich in einer der nächsten Folgen uns auch über neue iPads unterhalten. Und da werden wir jetzt an diesen Punkt sicher auch wieder gelangen, dass es sehr unklar ist, wo diese iPad-Reise halt hingeht im Moment. Und Apple auch kein Anzeichen gibt, zu signalisieren, wo diese iPad-Reise hingeht. Ja, zumal für mich auch immer unklar ist jetzt aus der Entwicklungsperspektive, welcher Aufwand denn, oder ob der Aufwand wirklich so hoch wäre, bestimmte Dinge auch aufs iPad zu bringen. Natürlich ist es eine größere Veränderung im System, wenn du die App-Mediathek einführst. Und wie wir das ja gesehen haben, und die kam ein Jahr später bei den Widgets, auch im Sperrbildschirm, zumal es da so einen eigenen Ansatz gab, dann auch beim iPad. Aber die von dir erwähnten Apps, da ist es doch wirklich die Frage, ist das nicht eigentlich nur eine Anpassung des User-Interfaces? Sind nicht die Grundfunktionen genau die gleichen, die gleichen APIs, die da arbeiten? Was ist denn so kompliziert, das jetzt auf das iPad anzupassen? Oder ist es nicht vielmehr eine bewusste Entscheidung, es nicht aufs iPad zu bringen? Aber wenn ja, warum? Und das ist so der Punkt, der einen so ein bisschen ratlos zurücklässt. Apple selber ermuntert die Entwickler ja geradezu, dass sie eben davon Gebrauch machen mit Size, Classes und was es da alles gibt. Und SwiftUI, dass sie sich gar keinen Kopf mehr machen müssen über die unterschiedlichsten Auflösungen, weil alles so wunderbar eben dann variabel ist. Aber sie selber tun bei einigen Apps so, als wenn man sie nur auf dem iPhone bringen kann. Weil es ja so kompliziert, das jetzt fürs iPad noch herauszubringen. Und Apple Music Classical ist ja wirklich der Klassiker, in dem sie sagen, das schließt sich einem ja gar nicht, warum Apple Music da ist, aber Classical jetzt dann im Speziellen nicht. Ja, und es ist halt vor allem, oder jetzt schon, inzwischen schon, aber sowohl bei Apple Health und auch bei Apple Music Classical, ich meine, ohne da jetzt irgendwas in Abrede stellen zu wollen, aber es ist auch nicht so, als wären das jetzt super spezifische iPad-Apps unterm Strich geworden, wo du sagst, hey, das ist jetzt auch, die haben sich fürs iPad halt mit der eigenen Bedienoberfläche so viel Mühe gegeben, dass man sagt, okay, da muss wirklich ein Team monatelang jetzt dran arbeiten und hat sich super, die sind, das sind jetzt keine furchtbaren iPad-Apps oder die einfach gar nichts spezifisch machen fürs iPad. Das ist schon, die machen, was sie sollen und die sehen auch okay aus auf dem iPad, aber es ist also diese Transferleistung, dass die jetzt so radikal gewesen ist, um irgendwie eine mehrmonatige oder mehrere Jahre dauerndes, ich meine, Apple Health, muss man fairerweise sagen, ist natürlich mehr als einfach eine App, weil es halt die HealthKit eine ganze Schnittstelle ist und halt darunter gebaut ist, dass es halt für das ganze System natürlich als Datenbank letztlich für Fitnessdaten und Gesundheitsdaten dient. Damit ist Apple Health natürlich eine komplexere Geschichte, aber bei Apple Music Classical, ich weiß nicht, irgendwo wird die Komplexität da sicher auch sein, aber trotzdem. Also es wäre schön, wenn Apple beim iPad Gas geben würde und es ist auch einfach nötig, jetzt gerade, wenn wir große neue iPads sehen und teure neue iPads sehen, ist, glaube ich, umso mehr nötig, dass Apple auch bei iPadOS nachlegt, was wir dann ja erst im Juni wahrscheinlich dann sehen können, ob sie es tatsächlich tun. Ja, das ist ja so ein bisschen der Witz der Geschichte. Ich meine, die Software war ja immer schon im Fokus beim iPad, dass gesagt wurde, die Hardware ist ja so performance-stark, hat so viel Potenzial, aber die Software bleibt zurück, wobei man noch sicherlich diskutieren kann, ob das dem nicht auch bewusste Entscheidungen waren, um eben diese DNA des iPads zu bewahren. Aber jetzt durch diese Trennung in iPadOS und iOS kann man ja sagen, wow, jetzt ist dieser Gap ja noch größer geworden. Also einfach auch zu den eigenen Produkten hin zum iPhone. Also ich würde mir auch wünschen, dass das iPad da mehr Liebe bekommt und dass wir jetzt vielleicht momentan, wir nehmen das ja jetzt im April auf, Anfang Mai soll es dann die angeblich die neuen iPads geben und dass wir vielleicht so wieder so ein bisschen so ein iPad-Jahr sehen werden und dass sich das auch dann in der Software dann niederschlägt. Uhren soll es ja auch geben, dieses Jahr habe ich gehört. Ja, und es wäre auch schön, wenn sich bei den Uhren mal wieder hardware-mäßig was Größeres täte. Software-mäßig muss man sagen, dass WatchOS ja im vergangenen Jahr wirklich auf jeden Fall, was die Oberfläche angeht, einen relativ großen und in mancherlei Hinsicht auch relativ radikalen Sprung gemacht hat, weil sie natürlich grundlegende Bedienelemente geändert wurden. Und das ist natürlich was, was auch immer mit Verärgerung zwangsläufig einhergeht. Das ist ja sowieso was, dass Nutzer stoßen ja weniger auf neue Funktionen, als dass sie halt merken, wenn plötzlich irgendwas wegfällt oder was anders geworden ist. Also das ist ja sowieso im Moment, glaube ich, die größere Gefahr. Neue Funktionen werden nicht entdeckt. Aber wenn was Vertrautes und Bewährtes halt wegfällt, dann ist das natürlich was, was unglaublich frustriert. Und da hatte ich das Gefühl, dass bei WatchOS 10 ist, glaube ich, manchen Apple Watch-Nutzern schon sehr unangenehm aufgestoßen. Weil je nachdem, welche Funktionen man halt spezifisch genutzt hat, war das, glaube ich, gerade diese Umbelegung halt der Seitentaste, die halt praktisch dieses Dock, dieses App-Dock aufgerufen hat, bis hin zu WatchOS 9 oder in WatchOS 9 natürlich immer noch tut. Und mit WatchOS 10 halt das Kontrollzentrum jetzt plötzlich aufruft. Und das war schon eine sehr so grundlegende Änderung, dass da, glaube ich, nicht jeder glücklich gewesen ist. Ich muss jetzt sagen, für mich ist es so, dass es nach einem halben Jahr, dass ich es sehr sinnvoll fand, dass die Standby-Taste das Kontrollzentrum öffnet. Also das ist für mich eine Funktion, die ich tatsächlich sehr oft benutze, fast täglich unterm Strich. Es gibt doch immer irgendwas, was man im Kontrollzentrum, sei es nachschaut, so das sind ja auch die kleinen Status-Icons, irgendwie über Verbindung und Akku-Hinweis und so weiter, da hast du ja alles im Kontrollzentrum und du kannst natürlich Fokus-Modus ändern und Taschenlampe aktivieren und was man halt alles im Kontrollzentrum so an Zeug hat. Das, denke ich, für mich war es am Schluss jetzt der richtige Schritt, auch wenn ich sehe, dass es frustrierend war und ich auch jemand war, der zum Beispiel diese App-Favoriten im Dock genutzt hat vorher und sehr intensiv genutzt hat. Also es war für mich auch ein Funktionswegfall, aber ich glaube, dass die Entscheidung eine richtige war unterm Strich. Ja, ich glaube, es gibt ja nicht den Nutzer bei den Geräten und das hat sich bei dieser Sache dann sehr stark gezeigt. Ich zähle mich eher zu jenen, die vorher immer schon so ein bisschen wild durch die Gegend torkelnd auf der Apple Watch unterwegs waren, dass sie einfach mal alle Knöpfe gedrückt haben oder runtergeswiped haben, um zu gucken, wo denn das passende Menü ist. Und ich muss sagen, die Neubelegung der Knöpfe hat mich da treffsicherer werden lassen. Also ich glaube, es entspricht eher den Nutzergewohnheiten, die eben eine Zahl von Leuten auch so intuitiv hat, als das, wie es vorher war. Deshalb hat Apple sich vielleicht auch eben entschieden, diesen radikalen Wechsel zu machen, wissend, dass das eben nach zehn Betriebssystem-Versionen bei einigen sauer aufstoßen wird. Und die, bei denen das sauer aufstößt, das sind die, die sich halt auf Apples vorherige Denke richtig eingelassen haben. Also im Gegensatz zu mir, die jetzt so einfach amok gelaufen sind, sondern die eben versucht haben, jede Geste, jeden Knopf eben zu beherzigen und aufzunehmen. Und wenn du das jetzt, diese Arbeit geleistet hast, diese akribische, und hast dir alles schön gemerkt, und dann kommen die um die Ecke und ändern alles plötzlich und die Knöpfe führen woanders hin. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man dann Frust empfindet. Also mich hat es nicht getroffen, aber ich kann diejenigen, die sich sehr schwer damit getan haben, schon verstehen. Die Frage ist für mich, ob die jetzt auch, die das anfangs blöd fanden, mittlerweile den Weg mitgegangen sind. Bei einigen habe ich das Gefühl, ja, es ist ruhiger geworden, was die Kritik angeht. Ja, ich kann nicht beziffern, wie viele das letztendlich so ganz frustrierend zurückgelassen hat, dass sie jetzt dann immer noch nicht damit klarkommen. Es ist, ja, da ist halt immer die Gefahr, dass du praktisch deine Kunden, den Kunden so vor den Karren fährst oder so vor den Kopf stößt, dass dir dann einfach ein Desinteresse am Schluss halt ist, dass halt neue Funktionen halt nicht mehr angenommen werden oder nicht mehr freudig irgendwie in den eigenen Workflow, in den eigenen Alltag aufgenommen werden, weil man halt Angst hat, dass sie wieder verloren gehen. Ich meine, Apple, so radikal ändert Apple jetzt auch eigentlich nicht dauerhaft und bei WatchOS gab es ja schon lange keine so riesigen Änderungen mehr. Am Anfang gab es sehr viele radikalen Änderungen in der WatchOS-Geschichte, aber ich meine, jetzt mal auch WatchOS 10, WatchOS 11 dieses Jahr, da ist es ja schon viel ruhiger geworden in den letzten Jahren und deshalb war natürlich jetzt WatchOS 10 nochmal so eine Zäsur in diesem Betriebssystem-Geschichte bis zu einem gewissen Grad, auf die man sich, glaube ich, ja zwangsläufig einlassen muss, weil zumindest, was jetzt diese App-Favoriten angeht, die hat ja Apple wirklich nicht zurückgebracht, während sie andere Sachen, die halt erst mal weg waren, zum Glück wiedergebracht haben, wie zum Beispiel den schnellen Wechsel von den Ziffernblättern nach links und rechts wischen. Das ist schon auch viel, da gab es sicher auch viele, die also wirklich verärgert waren, dass sie ihr verdammtes Ziffernblatt nicht mehr einfach schnell wechseln konnten. Und du musstest ja wirklich sehr umständlich immer erst diese Konfigurationsoberfläche praktisch aufrufen und dann zur Seite schieben und wieder zurück. Also einfach, du hattest so viele Mehrschritte dann drin und dann hat sich zum Glück, ich weiß nicht, war es ein Bug oder hat es Apple nicht hinbekommen? Wollten sie es die ganze Zeit zurückbringen oder haben sie es nur zurückgebracht, weil Leute sich beschwert haben? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber ich bin auch froh, dass es als Funktion, ich weiß nicht mehr, kam es mit WatchOS 10.2 oder so, es kam dann mit ein, zwei Versionen, zumindest später kam es halt zum Glück wieder zurück. Und auch die Timer zum Beispiel haben sie noch mal jetzt gerade mit WatchOS 10.4 noch mal angefasst und neu designt, weil die waren auch ein sehr schroffer, eine schroffe Abwandlung zu dem Timer vorher und auch so von der, du konntest manchmal nicht richtig erkennen, wie lang diese Zeit ist, die der Timer überhaupt auslöst. Also es war sehr schlecht vom Design her, sehr wenig durchdacht und gerade Leute, die irgendwie vielleicht auch von der Sehstärke her irgendwie nicht optimal immer ablesen können, was auf ihrem, der doch relativ kleinen Ziffernblatt der Uhr steht oder auf dem kleinen Display der Uhr steht, war das ein deutlicher Rückschritt. Und ich habe das Gefühl, jetzt mit 10.4 haben sie es, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen. Also zumindest mir persönlich ist es so, ich kann jetzt die Timer deutlich besser wieder ablesen. Und viele stellen natürlich vielleicht auch den Timer einfach über Siri auf der Watch, dann sieht man da ja auch gar nicht so viel von. Ich glaube, die Krux bei der Apple Watch ist, dass es so ein wenig ist, wie der Bau eines so kleinen Buddelschiffes, wo du dann eben dieses Schiff in die Flasche kriegen musst und musst dann die Elemente aufrichten. Also jede Veränderung, die du vornimmst, ist halt recht signifikant. Das kann man eben auch sehr schön sehen, wie ja so, sagen wir mal, Kleinständerungen, die du auf iOS überhaupt nicht berücksichtigen würdest, wie diese farbigen Hintergründe bei Apps jetzt dann halt, die bunter geworden sind. Das wäre jetzt keine große Nummer auf den anderen Betriebssystem, weil es sich eher verliert, so im Gesamtkontext. Aber hier ist es dann ja, verändert es den Charakter der Uhr ja schon ein Stück weit gleich wieder, so in der täglichen Benutzung, dass du eben ein bisschen mehr Farbe hast und dass das Schwarz, was bislang sehr dominierte, noch ein bisschen weiter zurückgedrängt wurde, weil man einfach diese großen Bildschirme jetzt hat bei den aktuellen Uhrmodellen. Gerade bei dem Stichwort tägliche Benutzung ist denn in deiner alltäglichen Benutzung sind da dieses, der Smart-Stapel, die Widgets, sind die in deiner täglichen Benutzung angekommen, die ja auch eine der großen Neuerungen waren? Nein, ich bedauere es ein wenig, weil ich diese Uhr sehr niedlich finde, die dann immer noch mal aufgeht, wenn man dann diesen Smart-Stapel aufmacht. Wobei es immer die Frage ist, warum man eine Uhr sehen muss, wenn man von einer Uhr kommt, aber das möge jeder selber für sich entscheiden. Die Einstufung als niedlich ist nicht das Wort, was ich für diese Uhr gewählt hätte. Weißt du, es wäre schlauer gewesen, man hätte so eine kleine analoge Uhr unten rechts in die Ecke gemacht, während man da durchstapelt. Also das wäre ja nützlicher gewesen und hätte einen Sinn ergeben, als jetzt oben eine Uhr zu machen, die aber gleich wieder weg ist, wenn du scrollst, so wie die Uhr, von der du kommst, die ja auch weg ist. Ja, das ist lustig. Also ich finde es auch interessant, dieser Smart-Stapel auf dem Papier erschien, der mir sehr sinnvoll in der Praxis hat er sich, glaube ich, noch nicht sonderlich bewährt. Ich meine, man sieht jetzt mit der neuesten Generation von der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 durch diese Doppeltipp-Geste ist der ein bisschen sinnvoller, weil man den ja damit eben einfach öffnen kann aus dem Ziffernblatt heraus und das macht ihn, glaube ich, etwas zugänglicher, als wenn du halt sonst immer anfängst, erst an der Krone rumzudrehen, bis diese Widgets erscheinen. Aber natürlich, es fehlt auch ein bisschen noch die App-Unterstützung, weil es ja sowieso relativ wenige Apps für WatchOS unterm Strich gibt und davon würden natürlich diese Widgets Stapel auch profitieren. Also ich glaube, es ist halt immer noch und ich bin auch jemand zum Beispiel, der auf den Ziffernblättern halt extrem viele Komplikationen nutzt, also so viele Infos auf Ziffernblatt draufklatscht wie möglich und wenn man das vielleicht nicht macht, sondern lieber so ein grafisches Ziffernblatt, was einfach eben nur die Uhrzeit anzeigt, soll es ja geben und Leute benutzen auch das gerne und dann ist es vielleicht ganz lustig, diese Kombination zu machen, diese Widgets eben alle in den Stapel zu packen und dann diese Kombination zu haben, aber das ist bei mir noch nicht so richtig angekommen. Ich muss nur ergänzen, dass die Uhr sich ja tatsächlich zumindest digital oben ja noch wiederfindet, also wenn man hochstapelt sozusagen, dann ist sie noch da, aber es ist trotzdem die Frage, warum braucht es eben erstmal so eine analog aussehende Uhr, warum geht man nicht gleich in die Stapel rein, aber weißt du, der Punkt für mich ist eigentlich der, und da bin ich so, ich war gleich so ein bisschen skeptisch, weil mich das an die Glances erinnerte, der Reiz der Uhr ist ja, oder für mich als Urnutzer, ich möchte eigentlich so wenig an dem Ding herumfummeln wie möglich und möglichst viel Informationen aufnehmen. Ich weiß, das ist die Quadratur des Kreises, es ist für Apple ein bisschen einfacher geworden, weil mit spätestens der Apple Watch Ultra jetzt ja auch ein doch signifikant größeres Display da ist, als eben die erste Uhr Apple Watch, die es gab, wo du eben auch mehr Komplikationen unterbringen kannst, aber das ist für mich der Idealzustand, wenn du mit möglichst wenig Interaktion möglichst viel rausziehen kannst, weil die Apple Watch, egal wie komfortabel du sie steuern kannst, es lädt nicht dazu ein und diese Stapelgeschichte ist mir zu interaktiv, da muss ich viel zu viel durch die Gegend scrollen und drehen und so weiter und ich weiß, einige erfreuen sich daran, aber so im Alltag brauche ich das nicht. Ich suche immer wieder den Weg, eine Komplikation entweder einzuziehen. Ja, man sieht sie halt gleich, anstatt irgendwie sich erst durchsuchen zu müssen. Ja, Punkt Sport darf nicht ganz unter den Tisch fallen, weil da hat ja, Apple hat ja mit WatchOS 9 sind sie die Läufer angegangen und mit WatchOS 10 sind sie jetzt die Radfahrer oder angegangen und das sind auch ganz nützliche Erweiterungen, auf jeden Fall gerade so diese Idee, dass du halt auf deinem iPhone die Anzeige halt in groß haben kannst, die die Watch in klein anzeigt, das ist alles, das sind definitiv nette Erweiterungen. Ich meine, dann haben sie ja auch spezifische Sachen wie halt Leistungsmesser, wo wir jetzt eher eigentlich Richtung Rennrad natürlich gehen, integriert, was ich interessant finde, aber wo ich halt auch sehe, dass viele Rennradfahrer haben halt natürlich einen Fahrradcomputer irgendwie im Rad und benutzen dafür halt nicht die Apple Watch. Also das ist wahrscheinlich eher so im Triathlon-Bereich, da gibt es sicher Ansatzzwecke, aber ich finde es gut, dass sie das nachgeliefert haben, dass sie das integriert haben, sich die Mühe gemacht haben, das zu integrieren und diese Funktionen anbieten, aber ich bin neugierig, wo WatchOS 11 jetzt den Fokus setzt, weil wenn du halt praktisch Lauf und Fahrrad abgehakt hast, ich meine, Schwimmen gibt es sicher vielleicht auch, ich weiß nicht, was da noch so an Accessoires ist, was man da noch irgendwie integrieren könnte, aber ich bin neugierig, was sie irgendwie als nächste große Breitensportart angehen, nachdem sie halt jetzt diese zwei Haupt-Jahr letztlich Hauptsportarten erstmal abgefrühstückt haben und ich hoffe sehr, weil das empfinde ich als eine der größten Fehlstellen, gerade auf der Ultra, ist halt, dass keinerlei Navigation, keine Outdoor-Navigation ist. Natürlich kannst du dich mit Apple-Karten durch die Stadt leiten lassen, aber sobald du halt irgendeine Art von Weg außerhalb der Stadt betrifft, bist du halt völlig aufgeschmissen, weil dir die App, also ich meine, es gibt natürlich Dritt-Apps, die das machen und die dir auch den Weg zeigen können und du kannst da, und du hast natürlich ein tolles Display, um Karten auch zu sehen und wenn du zum Beispiel Open-Street-Map-Karten halt eingebunden hast, hast du sehr detaillierte Trail-Karten auch, also das gibt's alles, aber das ist tatsächlich was, was ich mir schon als Bord-Integration vorstelle, weil Apple das theoretisch natürlich auch effizienter, weil alle Dritt-Tools oder Dritt-Apps, die es jetzt gibt, verbrauchen halt unglaublich viel Akku, das heißt, wenn du halt einen Sport oder sei es auch eine Wanderung oder Lauf oder was auch immer, halt eine Aufzeichnung machst und dann noch dein Display für Karten schauen benutzt, dann ist auch bei der Ultra, kannst du relativ klar zusehen, wie sich halt der Akku da doch schnell leert und das ist suboptimal und sie haben ja jetzt mit den, zumindest mit so topografischen Karten angefangen, aber die, ich meine, da hast du halt ein paar Höhenlinien eingezeichnet und es sind in den USA, gibt es in den Nationalparks und es sind so ein paar Trails eingezeichnet, so ja, das ist alles nett, aber das ist einfach zu wenig, ich meine, das ist wirklich zu wenig, also, und es geht so langsam voran, dass es, also da würde ich mir wünschen, dass Apple auch hier ein bisschen mehr Gas gibt und hoffe, dass, ich weiß nicht, ob Portfolio S11 da jetzt schon die Antwort drauf bietet oder bringt, aber ich hoffe es sehr, dass wir da, da etwas sehen, also Outdoor, Outdoor-Navigation, weil das ist ja was, was auch andere Sportuhren halt, ich meine, Garmin ist natürlich, als alter Navihase, ist da irgendwie gut angelegt, aber, also du, du hast halt sonst, bei der Konkurrenz hast du halt durchaus, ist, ist inzwischen so gang und gäbe, dass du halt irgendeine Form von Karten natürlich mitbekommst, auch als Bordmittel und halt auch Navigation, dann in unterschiedlicher Qualität, aber du kriegst das als eine Funktion halt mit und das fehlt halt der Apple Watch sehr klar in der, in der Form, ja. Sport, ich hörte davon. Gut, es ist eine sehr gute Sache. Genau. Eine sehr gute Sache ist vermutlich auch, wenn man eine Vision Pro hat, das Betriebssystem, was darauf läuft, das ist ja tatsächlich eine etwas bizarre Situation in unserem Rückblick, weil wir kennen dieses Betriebssystem in seiner Version 1.0, zumindest im Simulator von Xcode, ja schon recht lange, also eigentlich fast so lange, wie eben auch die anderen Versionen und länger sogar noch da draußen sind, aber jetzt in der Praxis kennen wir es ja tatsächlich erst mit Stand heute so zwei, etwas mehr als zwei Monate und mittlerweile sind wir bei Vision OS 1.2 angelangt, ja, aber kann man da schon wirklich so Aussagen drüber treffen, Leo? Kaum, also außer, dass wir halt wirklich noch ganz am Anfang stehen und dass ich sehr hoffe, dass wir einen großen Schritt sehen im Juni. Ich weiß nicht, ob wir den wirklich sehen mit Vision OS 2.0 oder wie groß der natürlich wird, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass sie da ähnlich schnell sind, wie sie halt eben bei Watch OS damals waren, wo die Schritte dann auch sehr, sehr flott waren von Watch OS 1 zu Watch OS 2 und Vision OS braucht einfach so viele Sachen und ich glaube, dass da auch sicher mehr in der Pipeline ist, weil Apple da vermutlich an vielen Ecken schon weiter voran ist, als das, was wir jetzt rausfallen gesehen haben und wir haben ja gesehen, dass sie jetzt auch Funktionen, zumindest rund um die Personas, noch nachgeliefert haben, die wichtig waren halt, aber Fensterverwaltung und der ganze Krempel, der halt jetzt wirklich noch zu rudimentär ist im Moment. Es ist zu beschränkt, das Betriebssystem und es muss halt schnell vorangehen bis zu einem gewissen Grad, weil natürlich auch für Entwickler da neue Grundlagen geschaffen werden müssen und damit wir halt sehen, dass auch Vision OS vom Fleck kommt, weil jetzt in den ersten zwei Monaten kann man glaube ich, wenn man nach zwei Monaten ein Fazit zu ziehen, ist ein bisschen albern, aber nach zwei Monaten kann man zumindest sagen, es hat sich halt kaum was bewegt mit Vision OS und deshalb sollte sich zumindest dann im Juni was bewegen, sodass man sieht, okay, im Herbst oder wann auch immer Vision OS 2 dann kommt, dass es halt vorangeht. Dieses Signal fehlt im Moment einfach. Ja, der eine oder andere, und ich zähle mich selbst dazu, hat ja auch gedacht, dass aus dieser Simulatorphase heraus dann noch größere signifikante Veränderungen bis zum finalen Release im Februar kommen. Also allein die Tatsache, dass ja nicht alle System-Apps dann umgesetzt sind, nativ eben auch für Vision OS, war für mich eigentlich, als ich das erste Mal den Vision OS Simulator aufgemacht habe im Spätsommer letzten Jahres, eigentlich völlig gesetzt, dass das noch erledigt wird, dass Apple einfach nur gesagt hat, nee, davon lassen wir uns jetzt nicht abhalten, das geben wir mal so raus, das ist ein Übergangszustand. Und ich war dann doch einigermaßen perplex, als ich dann das erste Mal das finale Vision OS gesehen habe, in welchem Umfang das noch sehr dem ähnelte, was wir im Sommer schon gesehen haben und wie wenig sich da geändert hat. Deshalb, ich bin sehr gespannt. Wir vernehmen ja die Signale. Am Anfang war ja die Erwartung und die Hoffnung von vielen, dass sie gesagt haben, auch die Hardware macht sehr schnell große Sprünge, dass schon eben dieses Jahr eine Vision Pro 2 rauskommt, vielleicht ein günstigeres Consumer-Modell. Diese Hoffnungen waren ja ganz am Anfang dieser Brillenbewegung mal da. Und dafür dichten sich ja die Signale, dass Apple das nicht vorhat, dass sie bei der Hardware in größeren Zyklen denken. Umso mehr ist für mich ja eigentlich die Erwartung, okay, dann nutzen sie aber die vorhandene Hardware und geben richtig Gas bei der Software, dass du jedes Jahr so einen Mehrwert hast, dass du denkst, ach, weißt du, das Geld, die paar tausend Dollar, die gibst du doch gerne aus, wenn sich da so viel tut. Und wenn jetzt natürlich herauskommt, und dass auch da nicht so viel Pfeffer drin ist, ja, ein bisschen traurig wäre man schon, wenn das so ist. Aber ich bin mal gespannt. Ja, also da hoffe ich, dass Apple was in der Hinterhand hat. Es wäre schade, wenn Vision OS 2 nicht ein deutlicher Schritt nach vorne wäre. Dann weiß ich nicht genau, was da die Strategie ist. Da muss einfach Geschwindigkeit reinkommen. Das hilft, glaube ich, nichts anderes an dem Punkt. Und natürlich, dass überhaupt mal die Vision Pro halt in andere Märkte kommt. Dass es ein langer Weg ist, war uns, glaube ich, klar vorneweg, dass Vision Pro und Vision OS nicht vom Start weg irgendwie wie so eine Bombe einschlagen. War irgendwie offensichtlich allein anhand des Preises. Aber trotzdem darf es halt nicht einfach zu langsam weitergehen. Und ich glaube, es ist halt auch einfach gefährlich, wenn das Gefühl, wenn die Endkunden und auch die Entwickler das Gefühl haben und bekommen, dass auch Apple halt, das ist so ein bisschen wie auch beim iPad, wenn du das Gefühl bekommst, dass halt Apple auch, dass bei Apple auch unter den Tisch fällt und auch nicht so richtig im Fokus ist, dann weiß halt auch niemand anders mehr, warum man sich da irgendwie richtig schon drum scheren soll. Das ist natürlich gefährlich, weil beim iPhone hat man halt dieses Gefühl, denke ich, nicht. Und das, ja. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Wie viel Akzeptanz hat der Markt für die Verzögerung? Du hast ja bemerkenswerterweise Apple-Funktionen, die wir bis heute nicht in Europa oder Deutschland haben, wo die Leute trotzdem sich noch herbeisehen. Also die Apple-Card zum Beispiel, die eigene Kreditkarte von Apple. Hört man immer wieder, dass Leute fragen, kommt denn die Apple-Card doch nochmal nach Deutschland? Apple News ist auch so ein Punkt, höre ich auch immer wieder, dass gefragt wird, wann kriegen wir denn mal mehr als ein Widget? Obwohl das auch schon so viele Jahre her ist, dass Apple das eingeführt hat und ich eigentlich nach meinem Bauchgefühl sagen würde, ich vermag nicht zu sagen, ob das jemals noch auf deutschem Boden landet als Ableger. Aber die Toleranz dafür, dass das Zeit braucht, ist unglaublich groß bei vielen. Bei der Vision Pro, das hat mich aber auch ein wenig überrascht, muss ich dir sagen. Ich bin auch gespannt, ob sich das ändert, falls sie dann, oder wenn die jetzt dann doch mal in Deutschland landet, ob dann sich dann die Stimmung nochmal dreht. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass ein Teil der Leute in einer Weise ungeduldig ist, dass sie das schon begraben für sich, dass sie wirklich sich so ein bisschen beleidigt auch so sind. Bleib mir mit der Vision Pro vom Acker, ich will da nichts von hören, viel zu teuer, kein Interesse und so. Und meine Sorge ist halt, das manifestiert sich. Je länger es das dauert, desto mehr manifestiert sich diese Haltung und gilt als Common Sense, dass man sich um diese Vision Pro nicht mehr scheren muss. Und ich glaube, das birgt mittlerweile schon, ich meine bei aller Hektik, die wir Journalisten ja immer haben, aber das birgt schon auch ein gewisses wirtschaftliches Risiko für Apple. Ja, zumindest wenn halt der Content fehlt und Content jetzt auch mit Apps halt zusammengefasst. Also wenn halt zu wenig Spannendes auf der Plattform passiert, weil auch beim iPhone zum Beispiel, das iPhone am Anfang war ja auch nicht vom Fleck weg irgendwie der Ultra-Verkaufsschlager, sondern ich meine, das hat halt einen riesen Hype ausgelöst, aber da war halt eine unfassbare Dynamik drin im iPhone, schon im iPhone 1 praktisch. Und da waren natürlich noch Jaybreak-Zeiten und es gab ja noch keinen App-Store, aber trotzdem haben halt Entwickler wie blöd versucht, Apps auf dieses Gerät zu bringen und es hat sich unglaublich viel bewegt. Und zumindest in meiner Erinnerung, auch softwareseitig, ich weiß gar nicht mehr, wie schnell es mit iOS und damals ja noch irgendwie iPhone OS oder es hieß am Anfang, glaube ich, irgendwann mal OS X iPhone oder so, hat es Apple, glaube ich, mal irgendwann zum Start genannt. Also das, was halt iOS 1 war, da war einfach in diesem ganzen Markt, war gefühlt einfach sehr viel Action. Und obwohl ja auch natürlich das erste iPhone erst mal nur in den USA gestartet ist und damals natürlich auch Leute rüber geflogen sind und sich das irgendwie aus dem Land heraus geflogen haben, auch diese Sachen sind ja damals auch passiert, aber das war zumindest, hat sich ganz anders angefühlt. Aber das mag auch der natürlich jetzt nach über 15 Jahren, mag die Erinnerung da einem auch ein, ach, vielleicht, ja. Ja, teilweise sicherlich, aber ich glaube schon, dass das ein Unterschied war. Also das iPhone war so unglaublich progressiv, dass man ja auch einige Dinge, die da noch überhaupt nicht gut waren, sehr tolerant eben betrachtet hat. Also ich denke nur mal eben, dass es am Anfang nur Edge konnte und kein UMTS hatte. Das war sicherlich für viele ein Punkt, wo sie gesagt haben, also ich warte mal auf das UMTS-iPhone. Trotzdem hätten sie die Gelegenheit gehabt, am Anfang war es ja auch sehr schwer, in eines zu kommen, dann hätten sie vielleicht doch zugegriffen. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied. Gut, die Vision Pro spielt natürlich auch in einer anderen Liga, was den Preis angeht. Aber dass dieses Haben-Wollen, dieser Haben-Wollen-Effekt, dann doch eben bei der Vision Pro weniger ausgeprägt ist, als bei vorherigen Pro-Doc-Launches. Nimm die Apple Watch. Ich meine, die Apple Watch hat drei, vier Jahre gebraucht, bis sie mal sowohl in der Hard- als auch in der Software eigentlich eine ernstzunehmende digitale Uhr war. Was war man gnädig mit diesem Produkt, bis es wirklich dann auch wirklich gut war? Das iPad, auch da, eigentlich mit dem iPad Air konntest du es wirklich erst ernst nehmen, diese Tablet-Idee. Vorher, wenn man dann das bauchige Erstmodell dachte, was so schwer war. Aber was haben da auch die, sag mal diejenigen, die das bestückt haben mit Inhalten und Apps, was haben die für Hoffnungen in dieses Produkt gehabt? Ich denke nur an diese Newsstand-Idee, damals mit diesem Holzregal, wo du deine Zeitung verkaufen konntest. Also, und dieser Hype, den, das kann man, glaube ich, schon feststellen, jetzt so nach den ersten zwei Monaten, wo das Gerät draußen ist und nach einem, mehr als einem halben Jahr, wo es bekannt ist, so richtig so spürbar ist der im Moment noch nicht. Mag als an der Verfügbarkeit nur in den USA liegen, aber wir wissen ja auch vom iPhone, der Mikrokosmos USA genügt sich ja auch eigentlich manchmal selbst. Ja. Ja, ich meine, iPhone hat, und auch die Apple Watch hatten es halt, glaube ich, einfach einfacher, weil sie halt schon klare Gerätekategorien waren, wo jeder wusste, was halt der Zweck ist und was du damit machst. Ja, was du mit dem Telefon machst, war 2007 klar, auch wenn das Smartphone irgendwie noch so ein Randphänomen war. Und was du mit einer Uhr machst, war, ist auch klar gewesen, 2015. Und damit, was du mit der Vision Pro machst, ist halt Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und da sind einfach so viel, so viel, was noch entstehen muss, was halt beim Smartphone einfach vom Basiskonzept und bei der Uhr auch vom Basiskonzept, beim Tablet, beim iPad auch, vom Basiskonzept her vorhanden war. Da muss die Vision Pro halt schon eine größere Hürde nehmen. Aber deshalb ist es halt umso wichtiger, dass halt auch Apple unterstreicht, dass sie da auch hinterher sind. Und das ist halt problematisch, wenn das Gefühl entsteht, das könnte irgendwie nicht der Fall sein. Ja. Wir sind gespannt. Also man weiß ja auf jeden Fall, wofür der Mac and I Podcast da ist. Wenn man mal lockerflockig eineinhalb Stunden zu überbrücken hat, dann kann man ihn sehr gut verwenden. Lass uns diese Runde beschließen. Ich meine, wir haben ja oder einen Punkt, der vielleicht jetzt noch offen ist, wir haben es ja teilweise aber ja schon eingeflochten, Wünsche in die Zukunft jetzt aus unserem Fazit, was wir jetzt so gezogen haben für die jeweiligen Produktgattung. Hast du Wünsche mit Blick auf iOS noch, die du noch nicht genannt hast, mit Blick auf macOS 15? Ja, bei macOS fällt es mir schwer. Bei iOS habe ich, glaube ich, sind die Sachen, die ich vorhin gesagt habe, da weiß ich gar nicht, ob ich noch darüber hinausgehe. Da würde ich mich lieber gerne überraschen lassen, dass sich Apple noch irgendwas Nettes ausdenkt. Und natürlich viele, ich mag auch diese Detailverbesserungen, weil die mich im Alltag oft erfreuen. Das ist was, was ich sehr schätze. Bei macOS weiß ich auch nicht. Also da wünsche ich mir eigentlich eher mal wieder so ein grundsätzlich, wir räumen mit allen Sachen im Unterbau auf und klopfen mal hier drauf und da drauf, sodass halt alles wirklich sauber und stabil und rund läuft und versuchen da möglichst wenig, möglichst wenig Sachen umzuwerfen. Das ist immer mein größter Wunsch, glaube ich, bei macOS. Es ist sehr konservativ, weil es ist zwar auch ein persönliches Gerät, aber es ist vor allem natürlich auch ein Arbeitsgerät und es soll halt effizient und effektiv und problemlos arbeiten und seinen Dienst verrichten und Workflows unterstützen und all das machen, was es tut. Also ich glaube, da sind meine Wünsche gehen da immer eher so an. Bitte die Basics beachten und darüber sorgen, dass alles halt gut läuft. Also ich wünsche mir definitiv auf dem Mac, aber auch gerne auf dem iPhone eine bessere Suche im Mail-Programm, muss ich sagen. Diese ganze Ein-Such-Feld-Politik, die Apple da ja seit Jahren betreibt, die lässt mich immer noch ein bisschen ratlos zurück und ich finde es auch nach wie vor schwierig, manchmal E-Mails zu finden. Also ich ertappe mich dann dabei, dass ich dann meinen privaten Gmail-Account einfach über den Webbrowser aufrufe, weil ich das Gefühl habe, dass da die Einfeld-Suche signifikant zuverlässiger funktioniert. Ja, ich glaube, das ist kein Gefühl. Ja, ja. Und da, ich nehme gerne Apple, falls ihr das hört, ich nehme gerne auch mehrere Felder in Kauf, die ich ausfülle, wenn es denn zu besseren Ergebnissen führt. Also das, da wäre ich doch sehr dafür. Und dann mal der zweite Punkt, und das ist aber ja eigentlich keine Kaffeesatzleserei, weil das Apple sich da auch schon weit aus dem Fenster gelehnt hat, ich wünsche mir schlauen Einsatz von KI. Die Frage ist ja letztendlich nur, in welchem Umfang werden wir das in iOS 18 und Co. schon sehen? Also wird da nicht vielleicht nur ein kleiner Anfang gemacht? Und wir werden in den nächsten Jahren sich das aufbauen sehen? Da bin ich mal gespannt, und wo Apple da die Schwerpunkte setzt. Also ich glaube, man hat schon herausgehört, ich wünsche mir auch weitere Konsolidierung, aber vor allem der Gestalt, dass hier und da mir etwas abgenommen wird vom Gerät. Dass also dieses Smarte, was im Smartphone steckt, eben mehr jetzt mit diesen Möglichkeiten dieser Sprachmodelle dann eben ausgeschöpft wird. Ich muss weniger rumtippen, es wird mehr mitgedacht und so weiter. Das fände ich richtig schick, und da halte ich es auch so wie du. Ich lasse mich da einfach mal überraschen, weil wenn man da zu dezidierte Vorstellungen hat, dann baut man sich nur selber da so Fallkurven hin, die man dann unweigerlich geht. Weil es geht ja nicht nur um einen selbst, es geht ja auch um das, was für die Allgemeinheit von Nutzen ist. Ja, das ist wohl was. Gut, ja, dann würde ich sagen, beschließen wir diese kurzweilige Folge des Mac and i Podcast Nummer 69. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback an podcast.macandai.de und wer mag, kann ja gerne wieder einschalten, wenn wir in zwei Wochen wieder auf Sendung gehen mit der nächsten Folge. Wir hoffen ja mal noch so ein bisschen auf iPads, aber wenn ich auf den Kalender gucke, das wird wahrscheinlich eher die übernächste Folge werden, wenn die aktuellen Gerüchte stimmen. Ja, das sieht so immer aus. Schauen wir mal. Wir analysieren das, wir besprechen das. Leo, ich danke dir. Bis dahin, Maite. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.